Das wahrscheinlich schönste Wohnmobil, zumindest mal als Alkofen, das ich je gesehen habe auf Actros-Basis. Es ist blau und ich habe es rausfahren lassen, denn es wird in Kürze abgeholt vom Eigner, der das Fahrzeug bekommt. Und es ist so ein schönes Fahrzeug. Es hat Hundeboxen mit drin. Es hat hinten Stockbetten mit eingebaut. All das werden wir erfahren. Ich war noch nicht drinnen. Es ist sehr, sehr kurz und handlich, muss man dazu sagen. Es ist also kein irre langes Fahrzeug. Du bist der? André. Wir haben es ja schon mal gesehen. Was ist deine Aufgabe? Ja, ich sehe halt zu, dass die Zahnräder hier ineinander greifen. Ja, das ist Produktionsleitung. Du bist jetzt schon ein bisschen länger da. Ja, drei Jahre. Als das letzte Mal da war, warst du zwei Jahre da. Das hier war schon ein Act. Ihr habt Träume wahrgemacht. Richtig, genau. In dem Fall haben wir jetzt mal eine ganz andere Farbe aufgezogen. Haben ein Mercedes Blau auf das Fahrzeug aufgebracht. 9,60 Meter Gesamtlänge. 9,60 Meter nur? 9,60 Meter richtig. Ohne Heckgarage. Auf Kundenwunsch. Finde ich gigantisch. Weil ich sage mal, wenn du ja unterwegs bist, es gibt so viele Möglichkeiten, dich zu bewegen. Fahrräder gehen rein? Ja, genau. Im Heck. Ja, voll. Du hast mir schon erzählt. Vier Fahrräder in der Heckgarage. Der Kunde hat zwei kleine Kinder. Kinderwagen soll entsprechend mittransportiert werden. Das ist ein hart arbeitender Mann, muss man sagen. Also das ist niemand, der, ich sage mal, dauernd auf dem Segelschiff liegt oder so weiter, sondern wir sagen mal nicht, was er macht. Er kommt aus der IT-Branche und das seht ihr auch nachher im Innenraum. Da hat er sich so richtig verwirklicht. Muss man sagen. Also oft sind es ja auch Unternehmer, die das Ganze machen, die sehr, sehr spontan mal in Urlaub fahren möchten. Also wann sie halt wollen. So ähnlich sieht es bei dem Kunden auch aus. Das Thema Hunde muss hier verwirklicht werden. Ja, der hat zwei Hundeboxen hinten im Heck. Aber das zeigt der Heiko dem jetzt sicher gleich so. Du musst weg. Bauzeit, wie lange ungefähr? Ja, gute neun Monate. Neun. Neun Monate, genau. Mit kleinen Zwischenstopps, weil wir halt noch was nachrüsten lassen mussten. Aber wie gesagt, da kann der Heiko wahrscheinlich gleich mehr zu sagen. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Auf geht's. Ja, viel Spaß damit. Komm, wir gehen erstmal drum rum, zeigen mal das Auto. Stell dich mal kurz vor. Du bist der? Ich bin Heiko, ja. Heiko Hülsmann. Wie lange bist du schon dabei bei Waren? Lass mich überlegen. 23 Jahre. Ja, okay. Ich frage dich jetzt mal nicht, wann du angefangen hast. Mit zwölf. Dein Sohn hat gerade die Prüfung abgelegt. Was hat er gelernt? Der hat Werkzeugmechaniker gemacht und hat tatsächlich vor einer Woche die Prüfung abgelegt und bestanden. Und ja, wir freuen uns. Du bist auch irgendwie ein kleines bisschen handfachlich unterwegs? Genau. Ich habe auch mal eine Lehre als Energieelektroniker gemacht. Danach dann Maschinenbau, Fachrichtigung, Fahrzeugtechnik studiert. Und ja, wir schrauben leidenschaftlich gerne an klassischen Autos. Nicht zu alt. Aber ja, da machen wir viel mit. Wir haben jetzt demnächst eine interessante Rallye vor in Schweden. Car Badge Run. Okay. Vielleicht sagt dir das was mit Schrottautos. 4.000 Kilometer durch Schweden fahren. Toll. Komm, ich gehe mal gerade nach links. Nach rechts. Du bleibst mal bitte links aus dem Bild raus, Heiko. Komm mal gerade hier in meinen toten Winkel rein, dass wir das mal sehen. Das Besondere bei dem Fahrzeug ist, es ist sehr, sehr kurz. Das heißt für einen Liner, das ist ja hier ein Alkovenliner, den wir hier haben, der komplett in Handarbeit hier in Bohmte gebaut wurde, in der Nähe Osnabrück. Normal 11 Meter, 12 Meter, hier unter 10 Meter. Naja, wir bauen ja eben ab 8 Meter. Hier ist es eben ein recht kurzer Alkoven, 9,60 Meter. Aber auch die bauen wir natürlich noch kürzer, eben auch ab 8 Meter. Das Fahrzeug ist speziell auf Kundenwunsch wieder entstanden. Der Kunde wusste, was er wollte, weil er schon mehrere Wohnmobile hatte im Vorfeld. Somit gibt es einen sehr speziellen Grundriss. Er ist von der Technik her sehr speziell. Du siehst an den Seiten oberhalb der Fenster siehst du diese schwarzmatte Fläche. Das sind alles Solarpaneele. Nein. Das Auto hat also wirklich knapp 4000 Watt Solar drauf. 4 kW. 4 kW hier an den Seiten, vorne, am Heck und oben auf dem Dach zusammen. Und klar, man muss immer sehen, wann ist welche Solarfläche wie aktiv. Aber ich sage mal, wenn ich gerade im Winter bin und eine tiefstehende Sonne habe, dann mag das sein, dass es auf dem Dach gar nicht so viel bringt, aber vielleicht hier auf der Seite richtig was an Leistung rumkommt. Ja, es kommt ja auch immer ein bisschen was an, wenn ich jetzt egal wie stehe. Also das ist ein Autarkiewunder. Kann man das sagen? Ich glaube schon. Zumal er zusätzlich noch einen speziellen Generator montiert hat. Heißt, am Actros Motor ist ein Generator montiert, der nachher während der Fahrt bis zu 5 kW lädt mit einem Inverter zusammen. Das heißt, wahrscheinlich wird dieses Auto nie am Strom ran müssen. Das ist ja genial. Das bedeutet, wir haben ein autarkes Haus. Könnte eher passiv heizen im Winter. Passiv heizen, ja. Gut, ich sage mal, es bleibt noch irgendwie ein Wohnmobil. Er muss sich noch irgendwie Wasser besorgen und Dieselbraucher auch. Aber ansonsten vom Strom her müsste das eigentlich so funktionieren, dass er da ziemlich autark ist, ja. Eine blöde Frage. Der ist keine 250 oder täuscht das? Doch, doch, der ist 250 breit. Also Außenwand, Außenwand. Die Gesamtbreite ist 255. Nee, nee, das ist er schon. So, und das hier sind Solarzeiten. Darf ich mal näher rangehen oder ist das ein Geheimnis, was ihr da draufgeklebt habt? Nee, alles gut. Ja, klar. Dass wir das mal sehen, denn ich habe sowas noch nie gesehen. Das heißt, die sind auch entsprechend flexibel. Sie sind sehr leicht, nehme ich an. Sie sind absolut leicht und eben konfektionierbar. Das heißt, die wollten ja oben an den Seiten zum Beispiel, dass der nachher zu der Form des Fahrzeugs passt. Und dementsprechend mussten die angepasst werden. Heiko, großes Kompliment, ehrlich. Dankeschön. Ich liebe ja Alkoven. Das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Viele mögen die Alkoven nicht, weil sie die kennen. Ich sage mal von typischen kleinen Fahrzeugen mit dem Buckelwarnel vorne drauf. Ihr habt hier eine Farbe, glaube ich, gewählt, die in Zukunft eine große Rolle spielen wird, glaube ich. Weil ihr seid ja bekannt für Silber. Das ist gar keine Frage, oder? Silber, Kampagnatöne. Silber ist halt sehr gefragt. Dieses Blau ist halt Kundenwunsch gewesen, weil er mehrere Pkws auch in der Farbe hat. Und das ist ein spezieller Farbton. Also du siehst das schon, je nachdem, wie das Licht da drauf fällt, das fällt schon klasse aus. Und wenn die Sonne noch mehr da wäre, dann würdest du noch mehr sehen, wie das so changiert in den verschiedenen Blautönen. Ja, wir sind ja bei uns in Saarbrücken in einer Gebäudepartnerschaft mit Porsche. Und der Herr Lang vom Porsche Zentrum Saarbrücken bestellt immer ganz interessante Farben. Und er sagt immer, wenn du die Farbe nicht zeigen kannst, dann kannst du auch nicht verkaufen. Er hat wirklich, du kriegst ja bei Porsche Sonderfarben, bis der Arzt kommt. Ihr seid ja große Fans von Mercedes, da geht das auch. Ich glaube, den Actros gibt es in 9000 Farben. Kannst du jede Farbe bestellen? Im Prinzip kannst du ja jede Farbe bestellen. Das ist dann immer ein Sonderton, ja. Aber ansonsten kannst du ja fast jeden Farbton wählen. Und wir machen dann eben halt den Aufbau nachher auch in der Farbe. Und so, dass es natürlich schön einheitlich aussieht. Es ist der Hammer. Und es ist auch eine Farbe, die, ich sag mal, das Silber ist sehr pflegeleicht, muss man sagen, was Schmutz angeht. Aber hier mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Dann auch diese Anordnung der Streifen, die drauf sind, macht ihn unglaublich dynamisch. Und ihr habt oben eine Art Reling montiert. Ist die bei allen Alkohol? Ja, die ist gut, hängt davon ab, wie hoch die Dacherhöhung ist. Ob da eine Reling oder eben wie hier eine Doppelreling drauf ist. Aber ich finde, das sieht ganz witzig aus und macht optisch irgendwie das Auto so geschlossen. So, alle Seiten sind solar. Hier sieht man auch, die sind konfektionierbar. Du hast es gesagt. Bestellt man die denn ab Werk denn, wie man es gerne hätte? Oder wie ist das? Oder schneidet man die zu mit der Nagelschere? Nein, nein. Die sind wirklich dann hier für dieses Auto gefertigt und eben an diese Form angepasst. Das heißt, ihr baut die selber? Nein, wir lassen die fertigen. Wir machen Zeichnungen dazu, wie sie aussehen müssen. Und dann siehst du ja, das sind verschiedene Module. Es ist ja nicht ein durchgehendes Teil, sondern es sind ja verschiedene Elemente. Und die werden dann eben nach unserer Zeichnung gefertigt. Und passen dann eben hier wunderschön an die Form ran. Ich muss wirklich nochmal zurückgehen, denn es sind so viele Sachen, die ich wiedererkenne aus den ganzen Werksvideos, die wir schon mal bei dir gedreht haben. Also Seitenwände selbstverständlich handgefertigt hier, handgepresst, in Vakuum gezogen, aus GFK. Genau, auch GFK, Seitenwände in Sandwich-Bauweise. Heißt, auf unserer Presse hier unter Vakuum verpresst. Und ja, somit auch für die Ewigkeit. Ist das silberlackiert? Nein, das ist jetzt eine Folie. Auch ein spezieller Farbton. Hast gut gemacht. Der hier vorne ausläuft. Ja, und zusätzlich ist hier noch eine weitere Folie drauf. Das wirkt so 3D. Ja, das Silberne ist eine Folie und darauf ist nochmal eine Folie. Wenn du das mal anfühlst, merkst du, wie unheimlich glatt das ist. Also das ganze Fahrzeug ist nochmal in Folie gesetzt, wollte der Kunde unbedingt. Achso, jetzt verstehe ich. Damit hier auch sich kein Schmutz zum Beispiel unter irgendwas bilden kann, da ist eine Art Klar-Schichtfolie nochmal drüber. Das ganze Auto ist nochmal foliert quasi. Genau, ja, ganz genau. Warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Ich muss nochmal... Das Basisfahrzeug ist wahrscheinlich nicht der stärkste. Actros brauchen wir ja auch nicht, oder? Naja, das ist ein 460er. Ich finde, die 460er laufen sehr, sehr schön. Da wir hier keinen 12 Meter haben, sondern ein 9,60 Meter Auto und dementsprechend das Gewicht nicht ganz so hoch ist, läuft der schon sehr, sehr gut mit dem 460. Die werden auch im Nahverkehr eingesetzt? Die etwas schwereren Nahverkehr? Ja, aber eigentlich sind das Fernverkehrsautos. Wobei, ja, das je nach Spediteur unterschiedlich ist, welches Fahrer aus die haben wollen und so weiter. Was mir direkt mal auffällt, ist die große Bandbreite an Möglichkeiten, die ihr hier habt. Du hast mir erzählt, dieser Grundriss ist sehr speziell. Bei allen Grundrissen, die wir bisher gezeigt haben, haben Leute schon mal referiert, dass sie gesagt haben, aus dem Video den Grundriss, den finde ich jetzt ganz toll, genauso will ich es haben. So entsteht eigentlich fast jedes Auto, dass die Kunden sich wirklich aus verschiedenen Grundrissen was zusammenbauen. Meinetwegen von dem Grundriss den Schlafbereich, von dem Grundriss das Bad und dann entsteht für jeden Kunden sein Grundriss. Und meistens zeichnet er dann da sogar noch drin rum, skizziert da drin rum, sodass wir es umsetzen, wie es nachher wirklich passen kann. Und so ist es auch hier gewesen. Der Kunde kam mit einer Idee und hat gesagt, Mensch, was möchte ich? Ich möchte im Heck meine Etagenbetten für meine zwei Kinder haben. Dort sollen auch die Hunde untergebracht sein. Also möchten wir da so einen kleinen Raum für sich haben, ein kleines Kinderzimmer mit den Hunden zusammen. Und die Erwachsenen schlafen oben im Alkoven. Naja, und dann musste das dazwischen noch gemacht werden, halt Sitzbereich und Badbereich. Zwei Kameras? Ja, da kommt das halt durch, dass es ein IT-Lor ist, der hier sich ein bisschen Spaß daran hatte. Ich nehme an, das eine ist die 360 Grad und das andere ist wahrscheinlich Security. Ja, 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 die rechte ist 360 Grad und die andere ist ein System von ihm. Was auch immer. Wobei er im Nachhinein sagt, Mensch, die 360 Grad Kamera ist so gut, ich hätte mein System gar nicht gebraucht. Jetzt ist es drin. Wir können mal hier, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Denn es ist ein Haus auf jeden, richtig? Warte mal kurz mal, Heiko, ich ziehe mal gerade das Weitwinkel ein bisschen auf, dass man das mal sieht. Das täuscht jetzt übrigens, die Farbe ist viel dunkler. Aber wir haben ihn extra rausfahren lassen, er stand drin, da war er viel zu klein. Ja, wenn du mal so lieb bist, mach mal auf, das sieht aus wie ein General. Nee. Nee, nee, das ist ein Staufach. Staufach. Aber eben auch mit einer speziellen Schublade, die er haben wollte. Du löst halt hier den Riegel und ziehst dann die gesamte Schublade. Zentral ein Verschluss. Zentral ein Verschluss, über die ganze Länge raus. Nein. Und das machst du halt zu beiden Seiten. Ja, du kannst das zu dieser Seite rausziehen oder eben zur anderen Seite. Erko, bitte nochmal zumachen. Ich habe nochmal zentral, ich muss immer an zwei Hebeln ziehen, die sich dauernd verhaken. Siehst du, das ist der Unterschied. Du hast hier einen Hebel, der das eben blockiert. Ja. Habt ihr es selbst gebaut? Das ist ein Maschinenbaubereich. Das ist halt schon was Vernünftiges. So, wenn du mal gerade so lieb bist, ich gehe mal weiter weg und du ziehst es nochmal raus. Ich habe noch nie so einen langen Auszug gesehen. Ja. Und der ist halt auch belastbar. Ich könnte mich jetzt hier draufsetzen. Ich hätte gedacht, ich habe einen langen, aber das ist so lang. Und die Belastbarkeit, das heißt, das sind richtige Schwerlastauszüge aus dem Profibereich. Ja, das sind Schwerlastauszüge. Da kannst du wirklich alles drauf, was heißt alles, aber da kannst du schon richtig Gewichte drauf packen. Hier wollte er Boxen haben, um seine Sachen her einzuteilen. Gut, die kann man natürlich auch runternehmen. Kochen auch, das war auch eine Idee zu sagen, ich mache da eine Outdoor-Küche drauf. Wäre was für mich gewesen. Aber gut, das ist ein Kundenwunsch. Kannst du ja immer noch machen. Genau. So, das ist so. Dann, wenn du mal reinschiebst, bitte, das gucken wir uns gleich mal von der anderen Seite an. Dann sieht man sehr schön, haben wir schon tausendmal darüber gesprochen, die Verarbeitungsqualität aus eurem Hause. Wenn du mal kurz beschreibst, aus welchem Material die Klappe ist, außen. Das ist eben auch ein Sandwich-Material, heißt von außen und von innen GFK, auch eben bei uns hier auf der Presse natürlich gepresst. Ja, und dann mit einem Rundeck-Profil versehen hier, um den Abschluss zu machen. Das Profil ist aus? Das ist auch GFK. Auch GFK, okay. So, dann ist eine Lampe eingebaut, das sieht man schön hier. Die kann man auch schön wechseln, wenn sie mal defekt sein sollte. Ja, wobei das LED ist, die sind eigentlich recht langlebig. Halten. Die halten, das ist halt für die Rückwärtsfahrt beim Rangieren, schalten die sich zu, wenn du den Rückwärtsgang einlegst oder wenn du einen Schalter umlegst. Ja, und das heißt Gasdruckfehler, dann sind wir drin. Dann das hier, das ist AdBlue, oder? Das ist der AdBlue-Tank, wo du dann eben sagen kannst, ja, ich muss die AdBlue nachtanken. Hier hat der Kunde jetzt noch ein bisschen Stauraum. Da sind schon ein paar Sachen drin. Das ist jetzt nochmal eine Steuerung für seine Klimaanlagen. Die Steuerung habt ihr gebaut? Ja. Ihr habt die selbst gebaut, die Steuerung? Genau. Die Klimaanlage sitzt hier unten drunter, die Kompressoreinheit. Aber ihr habt die Steuerung selbst gebaut? Die Steuerung und die Klimaanlagen, die bauen wir selber, ja. Das heißt, ihr kauft keine Teile aus Italien und schließt die an? Nein. Das ist eine Haussteuerung. Die könnte auch so in einem Haus sein, oder? Ja, gut. Wir wollen natürlich immer gucken, dass wir energiemäßig auch so abgestimmt sind, dass die irgendwo auf dem Campingplatz funktionieren. Du musst ja immer gucken, eine Klimaanlage sollte ja auch so sein, dass die Stromaufnahme so ist, dass es annähernd irgendwo funktionieren kann. Darf ich das mal zeigen? Das hier sind die Puffer, die ich immer so vermisse bei vielen Klimaanlagen, damit die nicht wirklich alle Vibrationen. Die ist jetzt am Punkt weg, weiter geht nicht mehr vom Schlafbereich, oder? Ja, genau. Das ist jetzt die für den Wohnbereich hier, eine Doppelkompressoreinheit. Das heißt, hier kannst du den Wohnraum von Dampfer anschließen und zusätzlich noch den Schlafraum von Dampfer. Und das ist eben ein Edelstahlgehäuse, die machen wir selber und die werden dann hier eben angeflanscht. Genial. Ja, ihr habt einen Mann, der fährt durch die ganze Welt für euch, Hartmut Konrad. Das Modellbaujahr, darf man das sagen? Der Hartmut hat ein Baujahr, das müsste sein so um die 2005. Das Geniale ist, man weiß es nicht genau. Er hat nämlich einen vollintegrierten. Und die, ich sag mal, haben den Vorteil, dass man es nicht erkennen kann eigentlich. Der Fachmann weiß das, der Vario-Fan weiß das ja, er trefft das ja oft im Jahr. Aber hier habe ich ja ein teilintegriertes Alkoven-Modell. Da sehe ich ja ganz genau, das ist der Actros. Aber auch der Actros ist ja relativ zeitlos. Wenn ich jetzt sehe, der 2012er, der sah schon so ähnlich aus, oder? Ja, das stimmt. Also gut, ein Fahrerhaus bleibt irgendwie ein Fahrerhaus. Die verändern dann irgendwie mal so ein bisschen die Scheinwerfer oder so etwas. Aber da würde man schon eher das Alter irgendwann erkennen. Aber nein, das ist ein klassischer Alkoven, also wirklich konsequenter Alkoven. Das heißt, ich kann das Fahrerhaus wirklich komplett vom Wohnraum abtrennen durch eine Schiebetür und habe dann oberhalb des Fahrerhauses eben meinen Alkoven, mein wirklich vollwertiges, komplett isoliertes Bett, Schlafbereich und ist mit einem teilintegrierten gar nicht zu vergleichen, weil du hier wirklich auch im tiefsten Winter bei tiefsten Temperaturen richtig was machen kannst. Ja, auch mit einem vollintegrierten nicht, weil du kannst das Fahrerhaus, das ist ja eine Schwachstelle, hier wahrscheinlich auch einfach verglast, aus Sicherheitsgründen, oder? Ja, genau. Die Seitenscheiben, die Frontscheibe ist ja einfach verglast und somit ist das natürlich der kälteste Punkt am Fahrzeug. Aber den kannst du eben abtrennen. Und ist eigentlich ganz schön. Du hast halt beim Wohnen nicht so eine Panoramascheibe. Das ist der Unterschied zum Integrierten. Boah, das sind ja echte Reifen drauf. Stark finde ich natürlich auch die Felgen, die sind nicht ganz günstig. Es ginge auch anders. Aber das sind so ziemlich die besten Felgen, die man kaufen kann, oder? Ja, die Alkoa-Felgen sind schon sehr gut. Das sind jetzt nicht die Dura Breit, die halt so ganz Chromfarben sind, sondern er wollte die so ein bisschen gedeckter haben. Die gibt es in verschiedenen Formen und Farben, sage ich mal. Das Auto ist ein unglaublich Understatement, weil er nicht so lang ist, finde ich. Trotzdem, die Höhe, sind wir bei vier Meter? Ja, ja. Vier Meter ist ausgereizt, um einfach einen schönen hohen Alkoven zu haben, um eine schöne Höhe beim Schlafen zu haben. Wir haben genau vier Meter. Ja. Echt? 3,98. 3,98. Cool. So, das heißt, du hast eine zentrale Klimaanlage, wie man das kennt, zu Hause. Also das heißt, einen Verdampfer plus innen drin die Geräte, wie man das kennt, zu Hause? Ja, genau. Also im Prinzip schon. Natürlich sind die Verdampfer etwas anders aufgebaut, von der Form her etwas günstiger für unseren Möbelbau gedacht. Aber das Prinzip ist so, dass du eine Splittanlage hast, heißt Kompressoreinheit unterm Fahrzeug, wie wir sie hier gerade sehen. Und damit auch das Teil, was eventuell etwas Geräusche macht. Und somit ist es im Innenraum nur noch der Verdampfer, wo du nur noch die ausströmende Luft hörst und keine störenden Geräusche mehr hast. Also komm, wir gehen mal weiter, weil das ist so schön, wieder mal ein Vario zu sehen. Lass mich raten, das könnte die Hubstützanlage sein. Richtig. Das ist die Hydraulikeinheit für die Hubschützen, genau. Ja, gut zugänglich. Hier auch mit Nothandbedienung. Falls da mal irgendwie die Batterien leer wären oder irgend sowas, dann kannst du da manuell was machen. Kurbeln. Ja, Pumpen. Das geht so. Dann den Dieseltank dazu. Einer? Zwei? Drei? Ne, der hat einen jetzt. Einer. Was hat der für eine Reichweite mit dem Diesel? Also du hast ja bei den neuen Actros wirklich einen gigantischen Spritvorbrauch von nur 17 Liter. Und das ist nicht geschönt und da musst du auch nicht mit dem Gasfuß jetzt besonders zart sein. Also die kommen da wirklich mit hin. Und ob das der 4,60er ist, selbst der 5,30er mit 12,8 Liter Hubraum schafft das. Das hängt natürlich auch von der Beladung ab. Ich bin hier, wie viele Tonnen hat der hier? Der hat 14 Tonnen, 14,5 Tonnen hat der. Max? 14,5 Tonnen hat der. Ne, so wie er hier steht. Leer. Genau. Und der darf wie viel? 18. 18. Das heißt, der hat knappe 4 Tonnen Zuladung. Ja, genau. Luftfahrwerk? Selbstverständlich. Vor der Achse, hinter der Achse, Luft gefedert. Toll. Ja, überall deine... Schön finde ich auch, was ich total gigantisch finde, sind so kleine Aufkleber, die ihr überall macht. Ja, da habt ihr eine eigene Abteilung für. Ja, klar. Ohne Witz, die müssen ja halten. Genau, das ist eben die Erklärung dazu. Die habt ihr gemacht? Ja, ja. Wie man die Hydraulikeinheit betätigen könnte im Notfall. Das kommt einmal in 10 Jahren vor oder wahrscheinlich gar nicht. Nein, aber dieser Aufkleber sieht ja so aus, als hätten den... Ja, du weißt, was ich sagen will. Es ist alles... Hochgerätige Ingenieure gemacht. Sehr schön, habt ihr auch. Ja, nächste Klappe. Ich bin ganz aufgeregt. Ach, wieder mal. Guck mal hier. Das sieht aus, wie ein Schwerlastauszug. Das ist auch so ein Schwerlastauszug. Da möchte er seinen Fahrradanhänger draufpacken, wo nachher die Hunde, glaube ich, drin sind. Ach so, dass er die ziehen kann. Genau. So, und das ist auch mit einer zentralen Bedienung, das ist natürlich viel besser, wie an der Seite irgendwelche, ich sag mal, Kipphebelchen runterzumachen, die aber auch noch Platz kosten. Das heißt, du kannst den viel, viel länger bauen. Ja, genau. Und es ging auch darum, dass du den auch hier in diesem Zustand arretieren kannst, damit, wenn du den Anhänger da drauf schiebst, der nicht schon wieder reinrutscht und du das nicht hinkriegst. Ja, der ist hier arretiert, Anhänger drauf und dann drückst du den Knopf, die Verriegelung und schiebst den wieder ein und dann ist er sauber weg. Ja, ihr habt ja schon mal Kunden, die ganz außergewöhnliche Dinge haben möchten, wo ihr sagt, naja, aber hier muss man sagen, alles, was ich bisher gesehen habe, habe ich noch nie gesehen. Also ist neu und ist gut, denn der Auszug hier mit dem gelben Knopf, das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist halt so, dass es für den Kunden gebaut ist. Ob jetzt jeder so eine Schublade braucht, weiß ich nicht, aber der Kunde braucht es halt und dann kriegt das. Er kam jetzt mit dem Hersteller oder war das die Idee von euch? Das heißt, er hat euch ja aufgegeben. Wie wir das machen, wie wir das umsetzen, das ist natürlich immer unsere Sache. Der Kunde kommt immer nur und sagt, ich möchte da einen Auszug haben. So, was muss der Auszug tragen? Das und das, alles klar, dann müssen wir es dementsprechend auslegen. So, hier sind Schläuche, was ist das? Wahrscheinlich Heizung? Das ist dann Wasser, das ist Heizung und du siehst da hinten ein paar Gasrohre. So, Licht voll integriert. Das war wahrscheinlich beim Herrn Konrad noch nicht so, also mit diesen LED-Leisten. Aber man kann jeden Vario wie ein Haus renovieren. Das ist hochinteressant. Man kann ihn bei euch abgeben. Der funktioniert außen. Man kann sagen, ich möchte ihn innen wieder neu haben. Das machen einige, oder? Das ist das Schöne, dass du diese Kabine, die kannst du komplett ausräumen, komplett leer machen, weil die Kabine ja selbsttragend ist. Das heißt, die Möbel komplett einmal raus und komplett einmal neu machen. Du kannst da einen ganz anderen Grundriss von machen, ganz andere Möbel reinsetzen. Wobei das natürlich wahrscheinlich erst in 30 Jahren so ist, dass das einer mal fordert. Aber wenn jetzt einer sagt, er kauft den zum Beispiel nach 12, 15 Jahren und sagt, die Möbel gefallen mir aber gar nicht, bringt ihn hier vorbei. Das heißt, das sieht anschließend wieder so aus, als wäre es wie neu vom Werk gebaut worden, weil ihr den ja komplett entkernt. Das ist wie eine Renovierung von einem Haus. Genau. Du kannst den im Prinzip auf komplett aktuellen Standard bringen und sagen, Mensch, ich möchte da aktuelle Farben reinhaben, aktuelles Design. Und das wäre problemlos möglich, ja. So, das ist ja auch mal eine schöne Felge. Das ist so, wenn man dann sagt, naja, die ist jetzt nicht hochglanzpoliert und so weiter. Aber wer sich auskennt, das hier ist so die Königsklasse der Felgen, oder? Ja, ja. Wie gesagt, die gibt es ja als Dura Breit. Das ist jetzt eine Dura Fleng, heißen die. Und das ist eben diese mattere Oberfläche. Ja, das ist Geschmackssache. Also der eine möchte so, der andere möchte so. Die sind ja nicht ganz billig. Nee. So, jetzt haben wir hinten zweimal Alkoven. Da bin ich schon, zweimal Stockbetten. Da bin ich schon sehr gespannt, denn ich gucke mal gerade so ein bisschen rein. Ach, die sind längs. Das sind längs Stockbetten. Das sind längs Stockbetten, genau. Ach, längs Stockbetten. Aber die sind untereinander verbunden. Das heißt, die können, wenn die runtergehen, können die Hallo sagen. Die Kids. Ja, ja, klar. Das ist in einem Raum. Also das ist ein ganz toller Raum dorthin. Das ist für die Kids. Das ist ein Traum. Die ziehen sich da zurück und da kann man auch mal die Tür zumachen und sagen so, jetzt lass uns mal eine Stunde in Ruhe. Das ist ja auch kein Problem. Achso, du kannst die Tür zumachen. Ist das ein Dreiraum-, ein Vierraum-Konzept quasi, oder? Das heißt, du hast ein Bad, du hast hinten den Kids-Bereich, du hast dann den Wohnraum und du hast vorne das Schlafzimmer. Ja, wenn du so willst, ja. Kann man so sagen. Thule? Ja, genau. Thule. Das sehen wir gleich nochmal von der anderen Seite. Von der großen Klappe aus ein bisschen besser. So groß? Von Thule? Oder ist es doppelt? Ja, das sind zwei. Da stehen also vier Räder drauf nachher. Ja, das gibt es ja auch von einer Hersteller. Aber Thule hat das vom Design her hinbekommen. Das ist schon richtig schick. Also nicht so, oder? Ja, ja. Und vor allen Dingen auch hier mit diesen Möglichkeiten nachher den Radstand einzustellen und so. Du drehst das hier los und verschiebst das dahin. Ohne Werkzeug. Ohne Werkzeug. Das ist schon clever gemacht. Also sind schon schöne Teile. Komm, komm, wir schauen mal gerade hier rein. Kann man zwar nicht, wahrscheinlich nicht öffnen, oder? Man kann oben reingucken. Ja, genau. Du kannst das hier losdrehen und dann könntest du es runternehmen. Also ich darf mal kurz reinschauen. Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Solarregler. Das ist eben jetzt von der großen Solaranlage, von der 4KW-Anlage, brauchst du natürlich die entsprechenden MPPT-Regler. Das ist dann der Schlüssel zum Glück. Ja, weil wenn da nachher nicht die richtigen Regler drin sind, dann bringt die ganze Anlage. Heiko, Quattro 8000. Gibt es den? Ich kenne den nur aus Sagen und Mythen. Ja, ja, den gibt es tatsächlich. Da haben wir nicht den Aufkleber getauscht und das ist wirklich einer. Und da ist nochmal, und du kommst natürlich direkt dran, wenn du hier jetzt aufmachen würdest, dann käme man, Heiko, bitte dreh mal raus. Das ist ein Kunstwerk. Du weißt ja, ich bin ja Funkamateur. Ja. Fox 4, Victor Romeo, VRQ, Victor Romeo Quebec, genau. Wer sich auskennt. Der Funkname? Ja, jetzt in Frankreich. Damals war es Delta Kilo 2 Whisky Golf. Aber Starkstrom war ja immer so, nicht so mein Fan, sondern wir haben ja die meisten Anlagen mit 12 Volt betrieben. Deswegen kenne ich mich auch mit Querschnitten aus. Das Fahrzeug steht auf 12 oder 24 Volt? Der steht tatsächlich auf 24 Volt. Ja. Eben auch Kundenwunsch, ja, weil er sich da so ein bisschen auskennt, wollte er das gerne haben. Kein Problem, wird umgesetzt. Gut, die entsprechenden Querschnitte sind dann viel geringer. Hat den Vorteil? Eben halb so groß, weil du halbe Stromstärken nur hast, ja. Und das ist natürlich schon recht angenehm, muss man sagen. Das heißt, du kannst das auch quer schalten, sodass du notfalls das Chassis auch mit 24 Volt versaugen kannst? Es würde wahrscheinlich gehen, ja. Guck mal, Prat. Mensch, da ist der On-Duty-Bus. Wir haben es das letzte Mal gesehen. Also auf der Messe war, glaube ich, ein Fahrzeug mal ausgestattet mit On-Duty. Mhm, genau. Jetzt ist es drin. Ja, ist hier auch zum Teil verbaut. Wobei, wie gesagt, bei diesem Auto ist es so, dass viel vom Kunden da gewünscht wurde und da eine spezielle Technik verbaut ist, die der Kunde sehr gerne haben wollte. Und auch teilweise mitgewirkt hat. Das ist aber Kundenwunsch. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich hätte unbedingt gerne On-Duty, ist das so, dann guckt ihr euch das an, passt das zu uns, ist das machbar und hier war es machbar. Man spricht es eben durch, was will man machen, was will man realisieren und setzt es dann dementsprechend um. Es ist auch nicht jeder so affin und möchte es haben. Man muss es auch nicht unbedingt haben. Ich sage es ganz ehrlich, weil, ich sage mal, ein herkömmliches System oder vernünftiger klassischer Schalter, Lichtschalter an, aus, ist auch noch was Schönes. Ich zeige mal gerade hier hin. Jetzt möchte ich ja gerade mal gucken, was ist denn das für ein Ding. GVB 8 Boost Lithium Voltage Boosting. Da hinten ist auch noch so ein Ding, das heißt Bugboost. Was ist ein Bugboost? Was ist das? Das sind die Lader für, der hat dieses spezielle System, was ich sagte, während der Fahrt, lädt der über so einen Generator nochmal mit ungefähr 5 kW. So über den Motor? Genau, aber nicht über die normale Lichtmaschine. Da ist eine weitere Lichtmaschine angeflanscht und da, das ist das gehörige, der zugehörige Generator dazu, der das dann umsetzt, um nachher die Batterien zu laden. Achso, das heißt, der kann den im Stand laufen lassen und hat dann praktisch eine, hat dann 5 kW oder so. 5 kW auf 230 Volt. Ja. Krass. Ja gut, kW ist kW, spielt eh keine Rolle, aber krass. Guck mal hier, und das ist so ein, ich sag mal natürlich ein Schaltplan, ein Sicherungsplan. Ein Sicherungsplan, hier etwas größer ausgefallen oder ein bisschen feiner ausgefallen, weil er ja schon viel Technik hier drin hat. Ja, das musste dann dementsprechend halt dokumentieren. Ja, die Kabeldicke sagt ja nichts über den Querschnitt aus, so habe ich glaube ich schon gelernt. Aber 24 Volt, das ist dann schon ordentlich. Was hat der drin dann Lithium? Der hat 800 Amperestunden Lithiumbatterien drin, ja. Boah, ist das ein Kunstwerk. Wir bauen den gleich mal zusammen. Wir müssen auf die andere Seite gehen, Heiko, denn da habe ich was gesehen, was mich umgehauen hat. Und er hat nämlich eine eigene Wasserversorgung. Was darf der ziehen eigentlich? Dreieinhalb Tonnen. Dreieinhalb Tonnen. Und hier die Auspuffanlage, die kommt ja nicht so ab Werk, oder? Nee, das sind ja auch nur Designblenden, also da qualmst du nicht wirklich raus. Ah, sieht gut aus. Ja, das ist, er wollte so ein bisschen den Look mit diesen drei Buchstaben haben. Fängt mit A an, hört mit G auf. Normalerweise haben wir diese Streben hier nicht drin. Ja, normalerweise ist das eine offene Blende. Er wollte es gerne so geteilt haben. Naja, dann macht man das. Warum nicht? Außen das Design in dem Silber, hat der auch mitgewirkt? Ja, ja, das ist auch sein Wunsch gewesen. Das ist gut geworden. Ja, es passt zu dem Auto, finde ich auch. So, jetzt sieht man schön, das ist eine Klappe, GFK, so viel wie ich gelernt habe. Der Vorteil ist, ich zeige es mal gerade, da tropft es jetzt nicht runter. Es regnet nämlich so ein kleines bisschen, dem Heiko ist kalt. Und jetzt sieht man, das habe ich hier gesehen, das ist eine Reifendruckanlage, die du rausnehmen kannst über einen Schlauch-Dingsbums. Kannst du mal einen Schlauch-Roller, wo er sagen kann, hier kann ich meine Pistole rausnehmen und kann, ich weiß gar nicht wie viel Meter. Das heißt, du kommst an jedes Rad, du kommst aber auch an das Schlauch-Boot, du kommst ans Fahrrad, an alles. Das ist der Thule-Rad-Träger, der sehr schön ist. Dann habt ihr hier zwei Fahrräder. Er hat hier oben seinen Tisch untergebracht, oder wir haben ihn da untergebracht. Du machst hier die Schublade runter und hast dann hier den Tisch, den du dann rausnimmst. Oder eben wieder reinlegst. Heiko, ich bin sprachlos. Und sauber drunter hast. Was aber das aller allerbeste ist, ist nicht nur diese Verzohr-Einheit. Die habt ihr selber gebaut, da kann man sowas kaufen. Ne, die kaufst du zu. Die kaufst du zu. So, davon mal zwei. Hinten ist natürlich überall die Heizung drin, dass es hier auch mollig warm ist, denn darüber sind ja direkt die Betten. Sowas kann ich sagen, habe ich eben schon gesehen. Es geht auch darum, dass du diesen Bereich hier frostfrei hältst, weil hier ist ja auch Technik drin und du willst es ja frostfrei und somit auch kondensatfrei halten. Die Lampe, die drin ist, das ist ein absolutes großes Panel, was du normal zu Hause hast. Ja, macht einfach schön Licht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hast du es einfach wunderbar ausgeleuchtet und kannst hier deine Fahrräder nachher beladen und du siehst einfach immer alles. Aber der letzte Gag, den ihr gemacht habt, ihr habt hier den Sicherungskasten, ich nehme an, das sind Sicherungen drin, in Wagenfarbe lackiert. Daran sieht man, wie detailverliebt so ein Kunde ist. Nein, der Kasten darf hier im Staufach nicht weiß sein, sondern der muss dann in Wagenfarbe lackiert sein, damit das eben auch noch schön aussieht. Das ist echt schön. Ja, ja, das ist auch schön. Aber aufwendig. Das heißt, das zu lackieren, jedes Teil, ihr habt den auseinandergebaut, ihr habt den abgeklebt. Und dann lackiert, ja. Ja, und da ist jetzt ein Teil von seiner Homematic dahinter, worüber er hier ja viele Teile in seinem Auto steuert. Das hat eine Steuerungseinheit drin, die eigentlich für zu Hause ist. Genau. Gut, ist ja zu Hause. Ich habe hier 230 Volt. Ist ja wie zu Hause, ja, ganz genau. Ein 8 kW-Wechselrichter. Hier oben siehst du eine Klappe. Ja. Das heißt, er kann nachher von innen, ich drücke die mal auf, kann ich gar nicht, dann ist die verriegelt. Aber du kannst die auf, ach nee, Entschuldigung, ich muss die nach innen, innen machen, so. Die Wäsche. Da schmeißt du dann deine Wäsche rein, wenn du hier einen Wäschesack hinstellst, schmeißt der von innen die Wäsche ein. Ist das blöd, wenn ich da jetzt vorher schon verraten habe, aber das macht doch Sinn, dass genau die Wäsche hier reinkommt, genau an der Stelle. Ja, ja, na klar, da gehört sie hin. Und du nimmst nachher einfach die dreckige Wäsche hier raus, draußen und dann ist fertig. Das Polster, das ist für ihn, um den Alkoven zuzumachen? Ja, genau, das ist so ein Einlegeteil da im Alkoven, was er eigentlich nicht unbedingt haben wollte, aber letztendlich dann doch bestellt hat. Und dann gesagt hat, Mensch, wenn ich das in der Garage irgendwo geschickt unterbringen kann, dann nehme ich es mit. So Pujon habt ihr verbaut. Das ist Serie bei euch mittlerweile? Nee, nee, das ist auch Kundenwunsch und ja. So, dann hier oben ist ein Thermostat, das du regeln kannst. Dann habe ich hier vorne gesehen, die Steckdosen, das ist auch so, die könnten auch in der Werkstatt sein, bei Mercedes-Benz. Ja, genau, sind haushaltsübliche Feuchtraumsteckdosen. Und damit kannst du deine E-Bikes dann hier feinladen und hast alles zusammen. So, da unten ist für die Hubstützen die Auflagen sicher. Dann, du hast keine Kante zum Ein- und Ausladen. Das hast du oft bei Reisemobilen, die zum Beispiel eine runde Klappe haben, die nicht abschließen. So etwas gibt es für euch nicht, oder? Nee, das ist halt störend. Und das ist schön, wenn du das so eben bündig hast. Da kannst du alles rein und raus schieben. Auch der würde ja eventuell, wenn die Kante zu hoch ist, dagegen kommen. Und das ist einfach angenehm so, ne? So, das fällt mir noch auf, hier nicht so viel. Komm, komm, wir gehen mal rein. Nee, komm, müssen wir nochmal zeigen. Ich bin so fasziniert. Wir zeigen nochmal komplett. Also, oben Solar, dass man wirklich siebenmal hingucken muss, damit man auch sieht, dass es Solar ist. Aber es ist so gut integriert. Sind die denn auch wirksam? Ja, die sind in der Tat wirksam. Wie gesagt, ist eine Frage, wie steht die Sonne? Ja, klar, aber selbst jetzt die Panels selber, die sind sehr perfekt. So, das ist praktisch das Letzte auf dem Markt. Stand der Technik, kann man sagen, ne? Ja, genau. So, hier sind wieder mal zwei Kameras mit dabei, die natürlich die Markise in Wagenfarbe, so muss das ja auch sein. Das ist euch auch egal, ob das Kunststoff, Alu ist, ihr habt die Aufgabe, seid ihr auch selbst in der Lackierung, oder? Ja, ja, wir haben ja unsere eigene Lackiererei. Du kannst ja heute alles lackieren. Mit dem passenden Primer, mit den passenden Zusätzen, mit der passenden Vorbereitung kannst du alles lackieren. Also fast alles lackieren. Selbst Glas könntest du lackieren. Fenster, Echtglas, oder? Doppel vor Glas, Echtglas, ganz genau. So, der, frage ich mich gerade, wozu diese Öffnung ist, Kühlschrank? Ne. Ja, und die hat einen Absorberkühlschrank. Ja. Jetzt guckst du nach oben und fragst dich, warum die zweite nicht da ist. Das heißt, der Kamin ist oben am Dach? Die ist aber da, die ist oben auf dem Dach, die Entlüftung. Und das ist eben schön, weil du dann einen schönen, langen Kamin hast. Ja, und eine super Wirkung hast. Und sieht halt nicht so, du hast da oben nicht noch eine... Da oben ist er? Ja, genau. Ja, ich habe den zweiten schon gesucht. Da ist die Entsorgung drin. Ja, das ist auch wieder... Es geht weiter mit den Kundenwünschen. Wie bei Weihnachten. Ja. Also, wo fängt man an? Du hast hier einen Schlauchaufroller. Ja, das habe ich mir immer gewünscht. Weißt du das? Ja. Immer. Weil du rennst... Also ich habe das Ding von Gardena zum Aufrollen, was so flach wird. Kennst du das? Ja, 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 genau. Ist nett, aber das ist gut. Ja, ist eben auch fest eingebaut. Du kannst den aber auch umgehen und direkt befüllen oder entnehmen. Du kannst auch nicht nur befüllen über den Schlauch, sondern auch dein Auto waschen. Also du kannst umschalten, hier die Hebel. Dann kannst du mit der Wasserpumpe sagen, okay, ich entnehme Wasser über den Schlauch und ziehe den Gott weiß wohin. Ich bin sprachlos. Guck mal hier die Schalter. Frischwasserentleerung. Alles elektrisch natürlich. Ja. Da sind dann nochmal so Freigaben für die Schieber, dass du nicht aus Versehen da drauf drückst, sondern du musst erst den, umlegen, dann funktionieren erst die Taster. Okay. Wäre doof. Mit sind wir keinen Tank? Ja. So, was ist das? Und das ist nochmal eine Anzeige, wie viel Liter Wasser du im Frischwassertank hast. Als Bussystem, nehme ich an. Ja. Das heißt, der kann es auch innen ablesen. Genau, du kannst beides. Aber wenn du hier am Befüllen bist, siehst du gleich, alles klar, ich habe jetzt 39 oder 99 Prozent befüllt. Ich weiß, ich muss jetzt ausschalten. Hier hast du eine elektrische Kabeltrommel. Auch zum Ausziehen. Auch zum Ausziehen. Auch die kannst du umgehen. Kannst auch direkt dort einspeisen. Aber eben auch über diese Kabeltrommel. Länge ungefähr? 25 Meter. 25 Meter. Oben? Wasser? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, 20 Meter. 20 Meter. Okay. Also das kann man jetzt auch noch verlängern. Dann hast du hier unten eine Frischwasserpumpe. Alles, was ich so genial finde, ist diese kleine Außendusche von SUS304 heißt sie. Die werden jetzt ganz viele kaufen übrigens, wenn die das sehen. Denn es ist die schönste Außendusche, wenn du die mal gerade in die Hand nimmst, dass man die mal etwas besser sieht. Sie ist aus gebürstetem Edelstahl, nehme ich an. Oder? Ja, genau. Ist natürlich toll, wenn du einen Hund hast. Ja, zum Pfoten abspülen, zum Tisch abwaschen. Ist einfach ganz schön hier draus. Wie geht ihr um mit Mäusen? Das ist ja immer so ein Thema. Mäuse kommen ins Auto gerne über die Stromleitung. Ich habe zwar noch nie eine gesehen, aber wie geht ihr damit um? Also das Thema haben wir eigentlich nicht, weil du hier zwei Riegel hast. Der kleine ist hier für das Stromkabel. Jetzt kannst du es durchführen. Während der Fahrt machst du das zu. Und oben an der Klappe ist das Gegenstück, was dann abdichtet. Ah, da. Das heißt, die Maus müsste schon mehrere oder ganz wenige Millimeter dick sein, damit sie durchkämen. Ja, aber das geht nicht, weil das hier nachher stramm anliegt. Also da kommt sie nicht durch. Okay. Und wie gesagt, das ist für einen Wasserschlauch zum Durchführen. Wenn du Citywasser machst, also am Dauerwasser bist. Und simpel, aber gut. Effektiv, gut gemacht. Was ist das hier für ein Teil? Das schwarze da? Dieses, ach, ein Stromkabel sehe ich gerade. 12 Volt? Das ist ein Stromkabel, ein Stecker. Er kann hier eine externe Zerkerpumpe aufstecken und kann auf diesem Entsorgungsstutzen, der ist jetzt nur hier drauf gedreht mit Bajonett, den kann ich runternehmen. Ich kann jetzt, wenn der hier draufsteckt, direkt entsorgen. Ja. Ich habe meinen Schieber, meinen elektrischen Schieber und kann... Ach, du kannst auch hochpumpen, wenn du willst, mit der Pumpe oder wie? Nee, ich kann jetzt hier direkt entsorgen. Das ist hier eine Entsorgungsstutze. Ich kann im Fahrer auch sitzen bleiben. Er hat eine Kamera hier drunter mit dem Licht. Kann direkt auf Entsorgungsstutzen fahren und kann sagen, ich entsorge hier rüber, wenn der hier drauf ist. Und wenn nicht, macht er den ab und kann jetzt hier mit einem weiteren Schlauch irgendwo anders hin entsorgen oder sogar nützt der Hackerpumpe. Aufsetzen und dann mit einem Feuerwehrfalschlauch sogar 10, 20 Meter weit wegpumpen. Ach, so mit einem kleineren Durchmesser, zum Beispiel jetzt halb Zoll oder sowas. Genau. Verstanden. Das heißt, du kannst es nochmal zerhacken. Ich habe übrigens, ich habe sowas. Ich habe mir sowas gekauft. Ich habe eine Verjüngung gemacht von C-Rohr auf, was ist das nächste kleinere? Ja, ich weiß auch nicht genau, wie die heißen. Halb Zoll oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Und das habe ich mir gekauft. Das klappt wunderbar, aber es darf nicht zu flüssig sein. Das heißt also, das Klopapier muss auch nicht zerhäckselt sein. Das bedeutet, er hat innen jetzt keinen Zahacker. Das fällt direkt in den Tank, nehme ich an, oder? Genau. Er hat eine ganz normale Wasserspültoilette. Und die sitzt über dem Tank? Genau. Die Toilette sitzt direkt über dem Tank. Das heißt, während der ganzen Benutzung musst du die Pumpe nicht einsetzen. Diese störende Pumpe, die Geräusche macht, Strom verbraucht, einen höheren Wasserverbrauch hat. Der Ring in der Pumpe, kennst du das? Ja, ja, genau. Der Ehring in der Pumpe, der dann die Pumpe kaputt macht. Am ersten Weihnachtstag, wenn du keinen erreichen kannst, dann musst du selber dabei und die auseinanderbauen. Und das haben wir hier nicht, ja. Und wahrscheinlich kann er zu 90 Prozent auch so entsorgen. Und die anderen 10 Prozent könnte er halt diese Pumpe hier außen aufsetzen. Nächstes Fach. Jungs, wir sind bald durch. Wir gehen rein. Nee. Nach Haushaltswasch und Rye. Waschmaschine, ja. Passt genau rein, wie du siehst. Von Miele, WT1. Wolltest du aber wissen, oder? Naja, nu. Also, ist halt eben auch Kundenwunsch. Nein, aber das ist die beste. Ich habe ja selber Miele, aber ich habe zwei nebeneinander stehen. Hat den Vorteil, du kannst zeitgleich waschen und trocknen, aber die ist ja auch zu Hause. Ja, genau. Die ist ja genial. Ich kriege gerade Zustand. Das heißt, der große Waschtrockner von Miele drin. Genau. Und hier? Hier ziehst du dein Brett raus, kannst du den Wäschekorb draufstellen, brauchst du nicht unten auf die Erde in den nassen Rasen oder Schlamm stellen, sondern kannst hier sauber arbeiten. Haku, stell dich mal gerade daneben. Ich mache mal gerade ein Foto. Toll, das war's. Ich bin begeistert. Und hier? Hier ist jetzt der Auspufftrakt. Ach, das ist der andere. Ich komme da ja immer nicht drüber weg, dass es aus beiden Seiten aussehen kann. Genau, jetzt ist es jetzt eben die andere Seite, wo du den hier dann nachher kommst. Das heißt, egal wie du stehst, du kommst immer ran? Du kommst da immer dran, ja. Okay. So, und das ist das Chemiewerk. Runter. So, Klappen. Sag mal, wo geht es ungefähr los bei euch Alkouven, bei einem 8-Meter-Fahrzeug? Preislich? Ja. So, 400, 500? Ja. Nackt? Gut, nackt ist nicht so ganz realistisch, aber ich sag mal so, bei 500 geht es los. Ein realistisches Auto, dann zum Beispiel auf dem MN TGL, 8 Meter, 8,20 Meter. Ja, macht nichts unter 7,5, oder? Doch, doch, die gibt es auch als 7,5 Tonner dann. Man muss natürlich ein bisschen schauen, wie man dann die Ausstattung wählt, weil ich kann dann nicht mit Generator und Feinsteinzeug als Bodenbelag, das funktioniert dann nicht mehr. Da muss ich schon ein bisschen gucken, dass da ein bisschen das Gewicht gespart wird und ich wirklich nicht mit 7,5 Tonnen dann hinkomme. Was ist, wenn jemand hier die Tür aufgelassen hat und macht dann die Tür hier auf? Habt ihr euch da was überlegt? Ja, das soll eigentlich nicht sein. Da gibt es dann so einen kleinen Puffer, der dann anschlägt. Aber da muss ich schon ein bisschen drauf achten, dass ich das nicht wirklich extrem kollidiere. Da kommen wir nämlich gleich drauf. Ja, Mensch, Länge nochmal, 9,50 Meter oder? 9,60 Meter. 9,60 Meter, das heißt ein sehr kompaktes Fahrzeug. Im Moment ist ja meiner. Ja, das ist übrigens auch interessant, dass du es gezeigt hast. Da vorne ist nämlich der Halteanschlag drin, den ich schon so oft bei euch gefilmt habe. Zeigt mir mal bitte. Denn die hat nämlich genau das gemacht, was ich wollte. Und jetzt kann es nicht mehr passieren. Jetzt passiert es nicht mehr. Genau, jetzt ist sie eingerastet und bleibt dort stehen. So, ich habe eben schon gesehen, ihr habt ein Keypad an der Tür. Aber ich nehme an, ihr habt RFID auch mit drin im Keypad. Das heißt, der kann auch einen Chip dran halten. Kann er hier nicht. Auch wieder Kundenwunsch. Kundenwunsch. Ob du ein Fingerprint hast oder mit Karte oder mit Code. Ach, was der Kunden will. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ist letztendlich nur ein geschlossener Kontakt, den ihr dann erzeugt. Und dann geht es auf. Auch hier, da ist so ein Code nicht einfach nur, so ein Code hast du nicht einfach nur blau gemacht, sondern eben auch, weil das immer ein Streifen hier weitergeht, ist der natürlich auch dann dort Silber angesetzt. So, jetzt muss man sagen, das hier ist ja ein Haus auf Rädern. Wenn ich sowas jetzt bestelle, wie geht da der Bestellvorgang? Zahlt mal ein bisschen was an? Genau, also in der Regel ist es so, dass man mit dem Kunden zunächst den Grundriss festlegt und dann es irgendwann zur Bestellung kommt. Wenn der Grundriss und die Ausstattung feststeht, dass man sagt, okay, wir könnten uns das vorstellen, ich möchte gern bestellen. Dann gibt es eine Anzahlung bei Auftragsbestätigung und dann gibt es in weiteren Schritten Abschlachtzahlung und die Restzahlung gibt es dann eben vor Fahrzeugübergabe. Ist das so, dass der Preis dann wahrscheinlich zweimal so hoch ist, wenn er ausgeliefert wird, weil die Preissteigerung so ist? Wie geht ihr damit um? Weil ihr seid ja darauf auch angewiesen, dass die Preise einigermaßen stabil sind. Aber wenn sich zum Beispiel Rohstoffpreise massiv entwickeln würden und er hat zwei Jahre Lieferzeit? Tja, das wäre natürlich eine schöne Idee, aber ich glaube, das kriegt man beim Kunden nicht durch und finde ich auch ein bisschen unfair, unseriös. Wir wollen Preisgarantie bis zu dem Tag, wo wir sagen, okay, das Auto ist ausgeliefert. Und das ist das Risiko, was wir eingehen müssen und im Vorfeld eben schauen müssen, was haben wir dann und dann für Preise, was müssen wir jetzt schon für Preise berücksichtigen und machen. Wenn ich einen haben möchte, jetzt 8 Meter Alkoven, wie lange muss ich warten, realistisch? Das ist eigentlich egal, ob du ein 8 Meter Alkoven bestellst oder ein 12 Meter Perfekt bestellst. Bauplatz ist Bauplatz. Bauplatz ist Bauplatz und im Moment sind wir im zweiten Quartal 24. Okay, das heißt also überlegen, jetzt haben wir 22, zweiter Quartal, also rund zwei, zweieinhalb Jahre, aber man muss sagen, wenn du nie bestellst, wirst du auch nie einen kriegen, oder? Das ist immer genau, das ist immer, ich habe so viele Kunden, die dann anrufen und sagen, und Herr Hülsmann, hat sich was geändert an den Lieferzeiten? Ja, ist aber nicht kürzer geworden, sondern eher länger geworden. Und dann sage ich immer, Mensch, wenn sie vor einem Jahr schon bestellt hatten, als wir darüber gesprochen haben, dann wäre es schon gar nicht mehr so lang. Also es ist halt so. Also wenn man ein Haus ja bestellt, das hier ist ja ein Haus auf Rädern, das dauert ja auch so lang, ihr müsst ja das Fahrgestell auch kriegen, komm, komm, wir gehen mal rein, denn es ist schattig. Das stimmt, ich finde auch. Die Stufe, habt ihr selbst gebaut? Die haben wir selbst gebaut, das ist, das könnte ja auch eine Schaustellerstufe sein, oder? Von der Qualität, also eine Stufe, die Tag und Nacht, 24 Stunden, 17 Jahre lang, oder? Also würde ich eher sagen, Maschinenbau heißt, das ist schon was sehr Stabiles mit ordentlichen Führungen, Linearführungen aus dem Maschinenbaubereich. Wenn du möchtest, können wir das nochmal in der Schlosserei sehen, wie wir die bauen, wie wir die fertigen. Da können wir ein bisschen ins Detail gehen auch. Ja, machen wir wahrscheinlich extra Video. Leute werden sich hier schon beschweren, wie lange das jetzt ist. Ich meinte das nicht negativ mit Schausteller, ich kenne ja einige, die bauen ja viel selber und die machen das ja immer so aus dem Vollen, weißt du? Damit es halt ewig funktioniert, aber hier, wenn da jetzt irgendwas draufliegt, Dreck oder so, das macht nichts, oder? Steinchen? Ne, das macht nichts. Also du hast ja hier die Erhöhung und diese Vertiefung, also die sehen eigentlich nach Jahren immer noch so aus. So, jetzt ist hier blaue Farbe drauf, wenn da Steinchen kommen, Fuß drauf, macht nichts. Ne, also wir können mal ältere Fahrzeuge anschauen, da siehst du nichts. Super, so, gehst mal vor bitte. Dann filme ich derweil schon mal den Eingang, der ist nämlich beledert, er hat kein Fenster. Auch das ist Kundenwunsch wahrscheinlich, wenn der Kunde ein Fenster will. Oder sind die immer ohne Fenster? Könnte man machen, aber eigentlich machen wir es ganz gerne ohne Fenster. So, ihr habt eins, zwei Verriegelungspunkte plus, ich guck mal grad hier drunter, der hat zwei Versiegelungen. Wo bist du jetzt? Ich bin grad bei den Türverriegelungen, er hat zwei Verriegelungen. Genau, der hat jetzt zwei Verriegelungen und du kannst zusätzlich noch ein Zusatz-Sicherheitsschloss haben, mechanisches, wenn du möchtest, aber das sind jetzt zwei Verriegelungen, ja. So, das ist Edelstahl, nehme ich an. Genau. Das heißt, da brauchst du noch ein bisschen, außerdem hat er davon vier Stück. Aber ich denke mir, bei der Technik, die hier verbaut ist, weiß er das schon fünf Kilometer vorher, dass jemand kommt. Das ist wohl so, ja. So, der Boden, auch da die Qual der Wahl. Ihr habt wahrscheinlich die Auswahl aus drei Böden, wie das ja bei vielen so ist, oder? Ne, aus 3000, genau. Auch natürlich hat der Kunde ausgewählt. Hunde, richtig. Ja. Ja, klar, Teppich nicht so gut. Es hängt ja auch vom 100, ob der hart, aber... Ja. Die Tür ist etwas breiter, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Warte, ich gehe mal rein, dann zeige ich das mal, weil du bist ja auch ein bisschen breiter. Ich gucke mal gar nicht. Ich bin breiter. Aber das ist so, dass du Euroboxen wahrscheinlich quer reintragen kannst, oder? Ja, genau, du kannst jetzt mit dem Tablett hangeln, aber ist auch eben Kundenwunsch, wollte der Kunde. Ist natürlich ganz angenehm, eine breite Tür. Boah, ist der schön. Weißt du, was mir direkt gut gefällt? Der ist, kann sein, dass das jetzt gleich ein bisschen beschlägt, aber der ist ein bisschen weniger bling-bling. Also ihr habt ja das letzte Mal, hast du mir eingezeigt, auch ein kurzer, der war, glaube ich, 8 Meter oder 9 Meter, der ging zum Skifahren, war der Kunde anschließend unterwegs. Weißt du noch, jemand von einer anderen Firma, die auch Wohnmobile bauen? Der? Das war ein kurzer, kein Alkohol, ein vollintegrierter. Hilf mir, ja. Der war auf der Messe, stand vorne, kam ganz neu rein, der Kunde kam auch und hat sich... Ach so, Entschuldigung, ja, das war aber kein kurzer, das war ja auch 10 Meter. Ja, gut, aber keine 12. Ne, die waren 10 Meter, ein Perfekt, ein integrierter, genau. Und ja, ja, der war so ein bisschen... Das ist ja, schau mal, auch hier hat der Kunde das so gewählt. Du hast hier keine Holzoberfläche, sondern das ist Kunststoff. Eigentlich machen wir alles nur in Holz. Das ist absolut glasbar, oder? Aber genau, der Kunde wollte das, ich sag mal, noch robuster haben. Na klar, so eine Echtholzoberfläche ist jetzt nicht so robust wie so eine Kunststoffoberfläche. Das ist eine Küchenarbeitsplatte quasi. Ja, ich persönlich mag natürlich lieber dieses Holz, aber wenn der Kunde so etwas möchte hier, dann bekommt er natürlich auch so etwas. Ich muss mal gerade das wirken lassen, weil ich habe das Gefühl, dass das mein Auto wird. Und sowohl was die Holzfarben angeht, denn er hat nicht ganz dunkles Holz, der ist relativ dunkel, aber viele weiße Oberflächen. Dann die Stehhöhe im Alkoven, bleib mal kurz da. Mach mal bitte die Arme hoch, wie mein Sohn. Du bist aber groß geworden. Ich komm nicht dran. Du kommst nicht dran. Nein. Das ist das Schöne. Du hast dieses Raumgefühl, das hast du bei keinem anderen. Das ist das Geniale hier an dieser Alkovenhöhe. Eben auch mit dieser Höhe im Alkoven. Schau dir das an. Hier liegst du nicht irgendwie gedrängt oder so etwas. Also hier hast du Platz. Hier kannst du sogar sitzen, ohne dir den Kopf zu stoßen. Die Liegefläche ist auch, darf ich schätzen? Ja. Ja, so 2,50 auf 2,30. Ja, nee, nicht ganz. Könntest du machen, aber er hat hier aufgedoppelte Wände. Schau mal außen. Das ist aufgedoppelt, um dann nochmal diese Vertiefung einzusetzen. Ist das ein Riesenbett, Alko. Und er hat hinten Schränke. Wenn du die weglässt, hast du ja noch mehr Länge. Ja. Ja. Aber das reicht eigentlich aus. Also 2 mal 2 Meter. Oder 2 mal 2,10 Meter ist es sogar. Das ist doch mehr. Also es sieht zumindest so aus, als könnten hier vier Kinder auch längst schlafen. Das spielt auch keine Rolle, wie du schläfst. Das geht beides, oder? Ja, das geht ja beides. Aber hier schlafen tatsächlich nachher die Erwachsenen. Die Matratze, wo habt ihr die her? Das ist ja ein Stück, oder? Das ist ein Stück. Ja, die lassen wir halt fertig für uns. Ach hier, guten Folies. Das ist ein Foliesystem. Die roten Klipse sind dann zur Verstärkung im Bereich der Hüfte. So, ich gehe mal ganz kurz hier am Arm, den lege ich mal kurz hier ab. Dann habt ihr außen eine Stoffbestammlung. Das heißt, so eine Art Textil ist drauf, das unglaublich viel Funktion hat, oder? Das heißt, es schallt nicht so stark. Genau, das ist halt ein Velour. Das Schöne an dem Velour ist, wie du sagst, dieses Schallschlucken. Und eben die Langlebigkeit. Das ist unheimlich robust und sieht eben auch in 20 Jahren noch so aus. Und ich finde es sehr, sehr angenehm. Was auch, glaube ich, das nimmt ein bisschen Feuchtigkeit noch mit auf, oder? Das heißt, abends sind man... Ja, auch wohl. Gebt man Feuchtigkeit auf und kann es wieder abgeben. Wobei du ja eigentlich so ein Auto beheizt hast und so richtig Feuchtigkeit im Auto nicht ist. Wenn du es bewusst hast, sei denn, du lässt es irgendwo stehen, ohne dass es beheizt oder irgendwie so. Man kann es hier nicht hochdrücken, oder? Doch, du kannst es hier hochdrücken, um eben nachher... Du kannst das ganze Wetter hochdrücken. Genau, du hebst es einfach hoch und hast es nachher hier so stehen, um dann hier in den Alkovenbereich reinzugehen. Komm, komm. Im Fahrhausbereich. Gehen wir mal nach vorne. Das ist so krass, wie viel Stehhöhe du in dem Fahrerhausbereich hast. Das ist fast wie beim Vollintegrierten. Das heißt, hier vorne könnte auch einer sitzen und mal lesen und die Aussicht genießen. Es ginge. Ja, zum einen das, aber auch zum anderen während der Fahrt. Ja, du bist nicht wirklich getrennt nachher zu denen, die hier hinten sind. Also ich zeige das mal gerade. Weil das irgendwie ja dann ein Raum wird. Ich sage mal, die Kinder da hinten, die Erwachsenen hier vorne und du fährst doch noch irgendwie zusammen. Du bist aber nicht im Integrierten, sondern schon im Alkoven. Heiko, ihr habt das Thema Alkoven auf eine ganz neue Basis gesetzt, habe ich das Gefühl. Denn der Grundriss, wir werden es gleich mal hinten sehen. Ich habe das noch nicht gesehen, aber was du mir erzählt hast. Zwei Hunde, zwei Kinder, Waschmaschine mit drin. Das ist ein Family-Fahrzeug hier. Für viele Personen, zumindest mal für vier. Dann die Anordnung, das sind die digitalen Spiegel jetzt drin? Genau, das sind die originalen Spiegel, die du vom Actros kennst, vom Actros hast. Nehmen wir mal an. Und da hast du eine super Übersicht. Ja gut, jetzt haben wir die Klappen aufgelassen. Die sind ja wie Papier von der Qualität. Ich habe nur gehört, die werden so hell, die sind aber gar nicht so hell. Ne, die passen sich ja den Lichtverhältnissen an. Das stellt sich ja selber an. Stark. Das heißt, du hast natürlich auch nachts eine irre Sicht, glaube ich. Nachts sind die extrem gut. Also das Fahren mit dem Miracamp ist schon sehr angenehm. Man muss sich im Moment dran gewöhnen, aber wenn du dich dran gewöhnt hast, ist das schon was Tolles. Wobei man sagen muss, in der Nacht muss man so ein bisschen schauen, die sind dann halt auch an. Wenn es ganz dunkel ist, sind diese beiden Flächen hell. Die dimmen dann runter, die dimmen dann zurück, aber das geht schon. Ist das Lenkrad immer ein Carbon? Ne, das ist hier geändert worden. Geändert worden. Genau. Geändert worden. Du siehst ja hier auch, das Armaturenbrett ist beledert. Ja, in einem Büffelleder, in ganz dunkelblau und so eben auch das Lenkrad. Der Türbe, der Eingang, das ist gesteppt. Das macht ihr selber? Ne, das lassen wir machen. Das hast du halt hier, hast du beim Haupteingang auch gesehen, diese Steppung. Das zieht sich hier halt durch bei den Türtafeln oder eben hier auch bei den Sitzen ist das eben komplett durchgezogen oder hier mit dem weißen Keder eingearbeitet. Stark. Die Sitzplätze sind wahrscheinlich auf der Sitzgruppe innen, oder? Die für die Kinder? Beziehungsweise ein Kind könnte ja nach vorne, wenn es groß genug ist. Ja, du hast jetzt im Prinzip ein, zwei hier vorne, drei, vier, fünf, sechs hinten, beziehungsweise noch einen siebten hinten, also sieben Sitzplätze hast du hier bei diesem Fahrzeug. Darf ich das mal zeigen? Ihr habt die, sind das die originalen Mercedes-Schalter? Genau. Ihr habt die originalen Mercedes-Schalter fürs Klo verwendet, oder? Genau, die lassen wir dann eben oder ändern wir dann eben, sodass da keine störenden anderen Formen drin sind. Das wäre ja nicht gerade hübsch und deswegen haben wir das so gemacht. So, Fahrtenschreiber, was ist das? Das ist der Dummy. Der Dummy, man braucht ja, glaube ich, für den brauchen wir jetzt keinen, aber gut, M-Book-System kennen wir ja alles aus den anderen. Das ist schön, der hat eine Differenzialsperre drin. Heben, Senken. Ja, der hat eigentlich alles so drin, was du so kennst. Ein Spurhalterassistent, Abstandsregeltempomat, dann fahren die ja schon teilautonom. So, Style-Line. Ich habe mal versucht, einen zu konfigurieren, das ist gar nicht so easy, so ein Actros. Das heißt, du musst auch wissen, ihr seid ja Fahrzeughersteller, ihr müsst euch ja damit auskennen, ihr baut ja auf alles. Also, wenn jetzt einer MAN zum Beispiel will, das geht, oder? Selbstverständlich, klar. Nein, da musst du schon so ein bisschen wissen, wie du so ein Auto ausstattest, was du für Möglichkeiten hast. Du hast hier die Möglichkeit, so einen klappbaren Tisch zu nehmen. Will den jeder haben. Das sind natürlich so Kleinigkeiten, aber das macht am Ende Spaß. Ja, bitte, nicht so schnell. Nicht so schnell. Das ist jetzt Original-Mercedes. Das ist Original-Mercedes, ja. Ist das genial. Das heißt, du hast einen Tisch, wie in der First Class. Genau. Jetzt müsste nur noch, die Tochter müsste dann noch servieren. Naja, oder du kannst hier vielleicht mit dem Laptop arbeiten, ja. Du kannst dich jetzt zurückziehen und sagen, Mensch, ich arbeite hier mit dem Laptop und habe meine Ruhe. Und das gibt es ab Werk. Ja, du musst dir ja vorstellen, das ist ja im Prinzip für einen LKW-Fahrer gemacht, der da wie viele Tage in seinem Fahrzeug unterwegs ist. Und der will ja auch irgendwann mal vom Steuer weg und dann kann der sowas nutzen hier, ja. Jetzt ist das Lautsprechersystem im Serien Actros nicht so toll. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung auch beim Sprinter nicht. Das habt ihr nachgerüstet, oder? Genau. Hier ist ein anderes System hinter. Das heißt, optisch ist es original geblieben, aber da sind andere Lautsprecher dahinter. Außerdem ist die Tür zusätzlich nochmal gedämmt. Damit es nicht scheppert, oder? Genau. Das wird eben auch dann angepasst, ja. So, komm, jetzt machen wir mal eins. Ich blick mal gerade hier rum. Also hier sind viele Bildschirme. Was kann der Bildschirm? Wahrscheinlich das Bus-System, oder? Da hast du nachher die Ansicht. Also im Innenraum hat er eine 360-Grad-Kamera. Und er kann hier seinen Innenraum anzeigen lassen. Also er hat kleine Kinder. Das heißt, er möchte dann sehen, was... So, wenn die keine Dummheiten machen. Ja, zumindest möchte er sehen, was da los ist. Das macht ja auch Sinn. Dann da vorne, das ist die 360-Grad, die Kamos, oder? Das ist die 360-Grad. Das 360-Grad. Das 360-Grad. Ist das an? Kann man es mal anmachen? Mal zum zeigen? Ja. Ist das wahrscheinlich Zündung, oder? Nee, wir müssen nur den passenden Schalter finden. Boah. Das heißt, du blickst von oben drauf. Jetzt sind die Klappen natürlich offen. Und dann siehst du das Auto von oben. Genau. Und kannst dann je nach... Kannst du umschalten. Ach, du kannst die Kameras einzeln anwählen. Okay. Gut, das heißt, du kannst eigentlich nicht mehr gegen den Polar fahren. Einzel Nachteil ist die Höhe. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich auf dem Dach keine Kamera, oder doch? Der hat nach vorne auch eine Kamera. Also er kann wirklich oben auf dem Dach nachher sehen, wenn er durch eine Brücke fährt. Na, was habe ich da für eine Höhe? Passt das oder passt das nicht? Es geht auch um die Bäume. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal so schräg, da kommt so ein Ast von der Seite, da ist das 3D-System auch eingeschränkt. Ja. Weil das guckt ja nach unten. Ja. Das ist so der... Gut. Irgendwann ist die Technik da vielleicht auch am Ende, aber da geht schon einiges, ja. Einweisen lassen. Gut. Hier oben auch beledert? Das ist auch beledert, genau. Wow. Siehste, gut, gut, dass wir heute angefangen haben. Weil, ich gucke mal gerade, ob ich hier rauskomme. Man kann es ja nicht absenken, das Fahrerhaus. Das heißt, hier geht der Mercedes-Benz durch, oder? Später, beim Service. Gut, hier muss er ran, hier ist der Motordeckel, genau. Den musst du rausnehmen, um nachher Service am Motor machen zu können. So, Hundefahrzeug. Das heißt, die müssen ja irgendwo liegen. Die könnten wahrscheinlich hier in der Mitte liegen. Körbchen rein, fertig. Dann hast du hier das Fahrerhaus. Das ist die Trenntür. Hier hast du die Schiebetür, genau. Die macht natürlich dann nur Sinn, wenn auch der Alkovenboden unten ist, ja. Aber das ist dann der Hund vorne drin. Genau, dann kannst du die zuschieben und kannst den verriegeln und... Hallo, Heiko, übrigens. Jetzt kann ich dich noch sehen, aber wenn ich das Bett runterlasse, ist da Schluss. Dann hast du richtig viele Staufächer an der richtigen Stelle. Nämlich der Platz wäre ja normal verschenkt. Ja, wobei das auch Kundenwunsch ist, diese Länge. Ja, diese Länge ist eigentlich hier zu Ende. Hier kann eigentlich der Wohnraum beginnen. Tut er ja auch in Form von Schränken. Aber hier könnte auch die Sitzbank beginnen. Drei Stück, Haushaltsqualität. Einen Kleiderschrank? Was ist das? Ja, da ist die Leiter dahinter. Er wollte eine spezielle Leiter. Leiter dahinter? Das heißt, er kommt aufs Bett mit einer ganz großen Leiter. Ja, pass mal auf, da musst du mal eben die Alkoben runter machen, den Alkobenbrunnen runtersetzen, weil dann macht es Sinn. Und jetzt ziehst du hier deine Leiter raus und hängst die hier ein. Darf ich mal sehen? Jetzt hast du wirklich eine Leiter. Du kannst barfuß rauf. Ja, du hast breite Stufen, das tut nicht weh, wenn du diese Aluleitern hast, wo es dann weh tut. Du hast hier Griffe, wo du überall reinfassen kannst und kannst da wirklich bequem. Sag mal, der hat richtig Ahnung. Man sollte ihn einstellen bei euch, oder? Der das entwickelt hat? Ja, was heißt entwickelt hat? Also er hat halt Ideen und... Ist ja gar nicht schlecht mit dem Griffen in der Mitte, oder? Ja, sagt halt, was er möchte und dann versuchen wir das umzusetzen, ja. So, ich müsste es nochmal verpixeln. Sag mal so lieb, schließ mal die Tür. Dann zeige ich mal gerade einen Effekt, den ich beim Alkoben so liebe. Denn, ähm, gut, man könnte jetzt die Leiter auch stehen lassen, aber wir machen mal gerade... Stimmt, geht nicht. Richtig, du hast recht. Ja, ich wollte das eben wieder zurückbauen. In Form bringen. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Das Besondere beim Alkoben finde ich, dass du eben das Fahrerhaus nicht siehst. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, du weißt eigentlich gar nicht, bin ich vorne, bin ich hinten. Das ist der Riesenvorteil. Und das macht das so wohnlich. Im Vergleich nichts gegen Vollintegrierte. Aber hier sitzt du drin. Du hast irre große Fenster gewählt. Die, die, die kenne ich normalerweise aus dem ganz großen Etrusko. Da sind die drin. Das ist sie in der Größe. Wie man sieht. Das macht halt Spaß, wenn du das Fenster, das ist ein Ausstellfenster, aufmachst im Sommer. Das ist wie draußen. Das ist wie ein Zugabteil, oder? Ja, genau. Aber ein recht schönes Zugabteil, wie ich finde. Das ist doch krass. Guck mal, das könnte doch jetzt die Regionalbahn sein. Nein, das meine ich doch nicht so. Aber das heißt, du kannst gegenüber sitzen, kannst Spiele machen, du kannst den ganzen Raum nutzen. Du hast sechs Plätze, sechs Gurtplätze? Sieben, also zwei vorne, hier vier, sind sechs. Und hier hast du noch einen. Dann nimmst du das Polsterteil raus und kannst dir auch noch angeschnallt sitzen. So, hier könnte auch einer schlafen, eine kleine Person, direkt ohne Umbau. Ja, du kannst ja die Rückenpolster wegnehmen, dann hast du die Tiefe. Du kannst hier noch ein Einlegeteil reinmachen, dann hast du eine richtig schöne Rundsitzgruppe nachher. Ich finde den Boden, weißt du, was ich an dem Boden so toll finde, der ist so zeitlos. Weil es gibt ja im Moment Trends, es war mal der Schiffsboden, es war mal der, es war mal der. Aber das Ganze hier kannst du dir auch noch in, sag ich mal, in zehn Jahren noch vorstellen. Das ist ja oft so das Problem, dass viele auf Trends draufgehen. Und hier sind Sachen, viele Sachen verwirklicht. Das helle Holz ist da, dann ist das hier blau, das Leder? Das ist ein ganz, ganz dunkles Blau. Ja, da sieht man fast nicht, dass es blau ist, aber es ist ganz, ganz dunkelblau, ja. So, dann hast du hier Flaschenabstelldinger oder egal, was man da reinmacht. Die kann man rausnehmen, die Einsätze zum Saubermachen. Das sollte halt auch der Kunde haben, dass wenn die Kinder während der Fahrt ihre Flaschen abstellen, dass die da nicht umfallen. Du kannst diesen Tisch noch ausziehen, ja, um dann den von hier auch was machen zu können. Ja, ähm. Eiko, ich muss noch mal fragen, wir sind unter zehn Meter hier. Wir sind bei neun Meter sechzig. Der hat einen Raumeindruck viel größer. Ich glaube, das macht der Alkohol, oder? Das ist so ein bisschen die Bauweise. Wie tief ziehst du irgendwelche Schränke vor? Wie geradlinig baust du das? Oder zieht man hier eine Ecke vor, zieht man da eine Ecke vor? Das ist nachher was störend wirkt. Und das machen wir eigentlich nie. Wir versuchen immer gerade durchzuziehen. Du siehst, dass hier nicht alles gerade ist, aber du weißt, was ich meine. Und dadurch kriegst du ein Raumgefühl. So, und das ist jetzt die Tafel, nenne ich jetzt mal, die so zweckmäßig ist, weil du nichts umbauen musst. Das heißt, also, die steht immer zur Verfügung und ist so groß, dass auch vier Personen ordentlich essen können. Das heißt, zwei wären jetzt hier nebeneinander. Du weißt, jetzt im Restaurant, da ist das manchmal zu eng. Jetzt könnte einer hier sitzen, einer könnte hier sitzen. Die, ich sag mal, zwei könnten hier sitzen. Naja, wenn du dir vorstellst, dass hier noch das einige Teil drin ist, kannst du eigentlich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, kannst du hier super sitzen. Die sind zu sechst und können dann hier... Die sind zu sechst. Ja. Das heißt, die haben vier Kinder, oder? Zwei Erwachsene, zwei Kinder, zwei Hunde. Zwei Hunde. Die sitzen wahrscheinlich nicht am Tisch. Gut, ja, dann bau nochmal zurück. Das ist übrigens auch, was mir gefällt bei dem Auto. Ihr habt relativ wenig Motoren eingebaut. Man hätte ja jetzt auch vorne den Alkurven rauf, runter, hätte man ja auch mit dem Motor versehen können. Aber nee, brauchen wir nicht. Das sind zwei Gasdruckfedern. Hier schiebt man einfach rein. Da kannst du wahrscheinlich auch draufsteigen, so stabil ist das, oder? So ist es gemacht, dass da einer draufsteigen kann. Außerdem kannst du das noch absenken, auch zur Schlafstätte. Das geht? Das ist ja auch noch möglich. Warte mal, ich zeig mal. Das heißt, du hast dann zweite Schiene drunter. Ah, da kannst du direkt ablegen auf der Heizung, oder? Du legst das hier auf den Führung ab, hier seitlich. Okay, warte mal, ich gucke mal gerade. Du hast hier Isofix, oder? Genau, Isofix. Das Isofix im Vario? Ja. Seid ihr ja schon soweit? Ja, klar. Ist das genial. Also das ist hier verbaut viermal. Der Fernseher, ich habe ihn nicht gesehen. Ihr habt einen 32 Zoll. Genau, der ist jetzt eben hier untergebracht. Und wegen der Größe musst du den halt eben so ein bisschen vornehmen, dass du dann wirklich das komplette Bild sehen kannst. Ja, und... Ich lasse mich mal gerade hier hin, dass man mal hier drauf guckt, beim Heiko. Es hat sich doch gelohnt, nach Bohm zu kommen, muss ich sagen. Ja, schön. Denn das Auto hier... Nein, du hast zu mir letzte Woche gesagt, du Sven, ich weiß gar nicht, was ich dir zeigen soll. Du hast doch schon alles gefilmt. Und dann zeigst du mir diesen blauen hier. Und ich wette, du hast noch mehr, was wir morgen filmen können, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Warte, ich zeig mal. Also das ist der Fernseher. Da ist jetzt ein Samsung drin, Kundenwunsch, was er reinhaben möchte. Ja, ja, das ist auch alles Kundenwunsch. Da ist er halt sehr speziell und weiß da genau, was er möchte. Aber hier geht das Licht an und aus. Ist hier ein Bewegungsmelder drin? Da ist ein Bewegungsmelder drin. Und der macht den Bereich dort unten. Wenn du hier... Vorbei gehst. Vorbei gehst, geht der hier an. Zeig mal den Fliegenschutz, bitte. Weil das ist ja immer so eine Schichte, die nerven kann. Die ist gelagert unten, oder? Ja. Geht leicht? Geht sehr leicht, ja. So, darf ich mal oben zeigen? Ist das ein Teil vom Kunde, hier links? Das ist ein Teil vom Kunden, genau. Darüber kannst du jetzt im Prinzip schon die Klimaanlagen einschalten. Du kannst einen Panik-Alarm machen, du kannst Lichter an- und ausschalten. Nur ich kann es nicht. Ist nicht schlimm. Wir haben uns vorher übrigens darauf geeinigt, dass ich dich nicht zu viel fragen soll über das Fahrzeug, denn du kommst ja aus dem Bereich, ich sag mal, Planen von dem Fahrzeug, mit allem drum und dran. Du musst jetzt nicht jede Steuerungstechnik im Detail beherrschen. Das, was hier verbaut worden ist, muss man auch sagen, da hat der Kunde, der ist Informatiker, glaube ich, hat sich da unglaublich reingekniet. Genau, hat sich da verwirklicht. Und hat auch diese grafische Darstellung wahrscheinlich selber gebaut. Hat er selber gemacht und auch eben diese Icons dann hinterlegt. Ich weiß gar nicht genau, was er da überall so hat. Wie gesagt, eigentlich, ich glaube, er kann hier Licht schalten. Aber er hat eine Steuerungstechnik drin. Das heißt, er kann sagen, zum Beispiel, der Lüfter geht los bei 20 Grad. Die, ich sag mal, die Waschmaschine, wenn die fertig ist, dann soll hier drinnen Alarm losgehen. Die Kamera unten soll angehen, wenn eine Maus drunter läuft. Ja, er kann das 360-Grad-System, bringt er sich hier auf den Fernseher. Wenn er Panik-Alarm drückt, ist das 360-Grad-System hier drauf und er kann sehen, was draußen los ist. Das Licht geht an draußen und solche Sachen alles. Aber Heiko, warte mal, bevor du mir das zeigst, was du mir gerade jetzt gezeigt hast. Das ist euer neues Bussystem. Das hast du ja letztes Mal war das noch im Experiment-Status, hat schon funktioniert, aber die Grafik war noch nicht so schön. Ist sie jetzt schöner? Ist jetzt schöner, wobei er hier Komponenten runtergenommen hat. Komponenten, die er auf seinem System drauf hat. Das können wir hier runternehmen, sonst wäre hier auch noch was hinterlegt. Aber das ist das Bussystem, was hier jetzt zum Beispiel Frischwasser anzeigt. Die Heizungssteuerung, das ist das, was mir gut gefällt. Man hätte ja die Tasten viel kleiner machen können, aber die sind so schön groß, dass du sie auch treffen kannst. Und du siehst keine Toucher. Das ist also bei dem Display auch ganz gut. Ja genau, die Oberfläche ist dann immer wichtig, dass du nicht sofort einen Finger drauf siehst. So Heizung ein, aus. Du kannst alles damit steuern. Ihr könnt das frei programmieren. Das geht hier drauf. Du hast USB, dass du das machen kannst. Victron Energy ist hier. Ja, also frei programmieren kannst du jetzt so nicht sagen. Du kannst jetzt nicht, Gott weiß was, da einfach frei programmieren. So ganz so geht es nicht. Nein, ihr könnt aber jetzt sagen, ich sage mal, ich habe jetzt keinen Grauwassertank, weil ich habe eine Verbrennungs... Okay, ja. Was weiß ich. Dann kannst du was da drauf machen. Das kannst du ja alles anpassen. So, dann habt ihr Victron Energy. Das kommt ja aus dem Schiffsbau. Das hier ist ja ein Schiff quasi, oder? Ja. Vorne die Front, hinten das Hex ist aus GfK, Seiten aus GfK. Das könnte schwimmen. Also sagen wir mal so, Reisemobil und Schiff ist recht ähnlich. Von so Komponenten her, du musst von Autarkie her, du musst mit Toiletten arbeiten, du musst mit Tanks arbeiten. Gut, beim Schiff hast du natürlich dann dem Frischwasser irgendwie etwas anders. Aber das ist sehr, sehr ähnlich. Das stimmt. So, Thema Licht. Auch das kann der Kunde ja... Der Kunde kann grundsätzlich alles beeinflussen. Also das ist interessant. Hier die 360 Grad Kamera zum Beispiel finde ich praktisch. Das heißt, er hat eine Kamera und kann alles und kann die drehen. Das ist praktisch wie so eine PTZ-Kamera, wo du praktisch per Joystick, aber das ist digital. Genau. Er kann hier komplett den Innenraum sehen und das eben dann von vorne oder von da, wo er... Er hat ja auch dort ein kleines iPad eingearbeitet zwischen den Kopfstützen. Auch da kann er es raufbringen. Das ist auch nochmal ein Fernseher für die Sitzplätze von hier aus, die dann in diese Richtung fahren. Also er kann, wir können hier alles irgendwo hin und her fahren und hin und her schalten. Also das ist, das ist technisch schon sehr... Heiko, kannst du mal gerade so ein Verdunknungssystem runterfahren? Weil in der Größe habe ich es noch nie gesehen. Das gute alte Remis nehme ich an, oder? Ja, das ist ein Remis, wie viele sagen. Ist das groß, aber es funktioniert. Dann habt ihr Schränke drüber, machen wir bitte auf. Also da müssen jetzt noch Böden rein. Das heißt, der Kunde sagt dann, ich möchte in dem Schrankenboden hier aber nicht. Und das muss man jetzt eben mit ihm aussprechen. Bevor wir das zeigen, was du gerade aufgemacht hast, können wir uns einigen, dass wir einmal kurz hier unter, da runter gucken. Kann man da runter gucken? Oder ist da Heizung oder was ist da drin? Hier ist Heizung drin, ja. Was ist da für eine Heizung? Eine alte? Der hat eine alte Heizung, die 30-20. Ja, die ist hier drunter verbaut. Ist ja auch perfekt für die Länge, muss man sagen. Eine 30-20. Ist eine super Heizung. Ich finde auch diese Gastechnik, finde ich einfach schön. Ist abrupt. Genau. Kommt aus Schweden, mehr brauche ich nicht zu sagen. Die kennen sich ja auch damit. Das warme Wasser, habt ihr einen Booster dabei? Der hat eine alte Flow da drin. Und so kannst du eigentlich so lange duschen, wie du Wasser hast. Also das ist eigentlich schon sehr, sehr angenehm. Ja, heute bekommt, dein Sohn kriegt sein, wie nennt man das, wenn er fertig ist mit der Ausbildung? Ja, sein Gesellenbrief. Dein Gesellenbrief und ihr feiert das heute Abend ein bisschen. Das ist ja ein schöner Anlass, deinem Sohn mal zu sagen, ich habe ihn ja kennengelernt, der war ja mittendrin. Du hast gesagt, das ging jetzt so schnell, die drei Jahre. Er hat jetzt eine Ausbildung gemacht im Metallbereich, oder? Genau, zum Werkzeugmechaniker. Studiert jetzt, oder? Er will jetzt erstmal ein bisschen arbeiten, ein bisschen Geld verdienen und sich dann mal in der Zeit überlegen, was er machen möchte, ob er studieren möchte oder wie es dann weitergeht. Du weißt, warum ich darauf anspreche, dass hier sind ganz viele Gewerke drin, wie beim Haus. Das heißt, ihr habt Leute, die bauen das Dach, die Seitenwände, die Küche, das sind Schreiner. Oder diese Arbeitsplatten, die da sind, wo ich mich die ganze Zeit nämlich gefragt habe, als der Schreiner diese Arbeitsplatte gebaut hat, konnte er sich schon vorher vorstellen, wie gut das anschließend aussieht mit dem Muster? Aber das ist ja doch sehr außergewöhnlich. Hast du recht, sehr außergewöhnlich. Auch wieder Kundenwunsch. Und hier ist es in der Tat so, dass der Kunde die Arbeitsplatte angeliefert hat, Sven. Die haben nicht wir gemacht, sondern der Kunde hat einen Freund oder Bekannten, der diese Arbeitsplatten herstellt. Und der Freund hat natürlich gesagt, Mensch, aber in deinem neuen Wohnmobil möchte ich aber dir die Küchenarbeitsplatte liefern. Die ist dünn, oder? Die ist dünn, sieht nur dick aus, ist aufgedoppelt, weil hier noch eine LED drin ist, hier unten. Ja, und somit haben wir die Schablone gemacht. Und nach dieser Schablone hat sein Freund dann diese Arbeitsplatte hergestellt. Der das auch gut gemacht hat, wie man sieht. Mit dem Waschbecken da drin, ja. Aber das Material, das glänzt nämlich, ist ja normalerweise, ist das ja so ein Spezial, wie nennt man das, Skorianer? Ja, ein Mineralwerkstoff. Generalwerkstoff, der da ist. Staron oder Kurian. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie dies heißt. Das ist was ganz Spezielles. Ich zeig mal gerade, wie dünn das ist, dass man das mal sieht. Das heißt, ist wahrscheinlich auch sehr leicht. Wäre jetzt hier egal, muss man sagen, das Gewicht, weil er hätte jetzt auch Marmor einbauen können. Ja. Das Gewicht, wie geht der damit um? Weil ihr habt ja Tanks und so weiter. Die Gewichtsverteilung sollte ja möglichst wie sein? Möglichst viel auf der Hinterachse? Na ja, das kann man so nicht sagen. Möglichst viel auf der Hinterachse. Du musst immer gucken, was für eine zulässige Achslast hast du, vorne und hinten. Und diese Achslasten musst du einhalten. Nicht unterschreiten. Du musst ein gewisses Achslast auch auf der Vorderachse haben, damit die Achse noch lenkbar ist. Wenn du die Vorderachse zu leicht hast, ist die nachher nicht mehr lenkbar und du hast ein schwammiges Auto. Und da ist es eben wichtig zu gucken, wie teile ich die Gewichte auf, dass die Achslasten optimal sind. Ich weiß gar nicht, worauf wir anfangen. Wir fangen mal bei der Jura an. Die steht auf dem Auszug. Die steht auf dem Auszug. Ja, ist halt auch sehr speziell, weil die kannst du rausziehen. Guck mal hier vorne, da ist schon wieder das Ding. Du hast jetzt, wo du die rausziehst, in dem Moment wird ein Magnetschalter freigegeben. Erst dann hat diese Außendusche oder diese Dusche hier Druck. Wozu ist die Dusche im Innenraum? Um nachher dieses hier zu befüllen. Ach nee. Damit du das nicht abnehmen musst. Damit ich das nicht abnehmen muss. Und wenn du die jetzt wieder reinschiebst, wird der Magnetschalter geschlossen. Und damit das nicht versehentlich. Kann ja mal sein. Frostschaden, das ganze Auto läuft voll. Soll ja nicht sein, aber du weißt ja, wie es ist. Dann hat jemand nicht aufgepasst. Dann ist das ja so befüllen. Wenn ich immer komme, ich weiß nicht, ob dir das immer so geht, auch. Immer ist irgendwas leer oder voll. Das ist immer so. Entweder die Bohnen fehlen oder das Wasser fehlt. Man kommt aber gut ran. Ihr habt das voll getestet. Na ja, wie du siehst, funktioniert es, ja. So, jetzt darfst du mal. Zeig mal, was er gemacht hat. Na ja, dann hat er hier halt sein Audiosystem haben wollen. Marantz Verstärker. Mit Bluetooth, Spotify. Ich zeige es mal gerade. DAB Plus Radio. Ist das ein geiles Teil. Und damit du da auch hinten dran arbeiten kannst, musst du ja irgendwie da dran kommen. Nee. Kannst du das rausziehen und kannst dann hier hinten sauber arbeiten. Ihr habt alles. Ihr habt den Router zum Beispiel hier auf ein spezielles Profil gesetzt, dass der nicht da rumfliegt. Ja. Ja, schau dir da oben da den... Warte, ich komme mal zu dir, dass ich da mal rumkomme. Ja, was soll ich gucken? Ja, die Verdrahtung dort oben an. Ich muss irgendwie da reinkommen. Warte mal, du hast kein Licht. Doch, doch, das macht nichts. Ich habe ja eine AGC. Also das ist schon... Das ist Netzwerk, oder? Das ist Netzwerk, ja. Router an, aus. Megasat oben drauf. Dann hier vorne ein Vue plus Duo 4K SE, was immer es ist. Ich vermute, dass es irgendwas, egal, ziemlich cooles ist. So, Schwellersauszug, da kommst du also rein. Sag mal, ich muss das Ding, muss ich haben. A, V, Surround Receiver, SR5015, DAB Plus oder DAB. Ist das ein cooles Teil? Das heißt, der Sound hier innen, die Lautsprecher, wer hat die designt? Also die Anordnung? Das kommt auch von einem Bekannten von ihm, der diese Komponenten vertreibt. Ich sehe nichts. Ich sehe keinen Lautsprecher. Das war eben die Idee, dass wir wenig sehen. Du hast hier... Ach, die schwarzen Dinger sind die Lautsprecher. Genau, das ist ein Center dahinter. Ja. Da oben hast du Lautsprecher. Ich habe schon vermutet, was ist das? Ja. Das ist ja wie früher. Da haben die Leute die ja auch versteckt. Einfach schön versteckt. Ja. So, das ist übrigens die Klimaanlage. Ihr habt sehr viele Klimaanlagen ausströmer, so viel weiß ich schon, damit die Luft möglichst gleichmäßig rauskommt. Und es ist eigentlich hier vorne der Eilkurven, den wir ja schon immer kannten, aber du kannst ihn, du erkennst ihn einfach nicht mehr wieder, weil er irgendwie anders, oder? Weil wir hatten ja letztes Mal auch diesen 20, 30 Jahre alten Eilkurven gezeigt. Der war ja von der Anordnung ähnlich, aber du kannst es gar nicht vergleichen. Es ist alles... Na gut, das Lenkrad bleibt vorne links und dann kommt irgendwann der Wohnraum. Ähnlich bleibt es, aber es ist doch irgendwie anders. Es ist so, es ist so genial, weißt du, es ist nicht so dieses Bling-Bling, sondern es ist so ein richtiges Haus, eine richtige Wohnung von jemand, der, das könnte auch zu Hause sein, weißt du, da kann jetzt keiner mehr sagen, obwohl es werden bestimmt wieder viele sagen, dass man ja mit dem Geld, was das Fahrzeug kostet, ja mindestens 7000 Mal in Luxus fahren könnte. Aber da geht es nicht drum, oder? Darum geht es nicht. Es geht einfach um die Freiheit, um seine Komponenten wirklich im Urlaub dabei zu haben und die Möglichkeit zu haben, mit zwei Kindern, zwei Hunden wirklich seinen Urlaub zu gestalten. Zu sagen, ich bin Unternehmer, ich weiß noch nicht, ob ich Freitagnachmittag wirklich Zeit habe. Auf einmal stelle ich fest, Freitagmittag, hurra, ich habe Zeit, wir können losfahren, wir fahren los, das Auto ist gepackt, ich mache nur noch Wasser drauf vielleicht und fahre weg und montags das Meeting, montags morgens fällt auch aus, ich brauche erst montags mittags wieder zu Hause sein. Die Möglichkeiten habe ich nur im Reisemobil. Hier Paper Display, das ist mit so einem, wie nenne ich das nochmal, dieses Papier Display mit drin. Dann hast du überall Schalter, die kannst du frei belegen im Bussystem. Kannst frei belegen im Bussystem, kannst mehrfach belegen. Das ist auch noch nicht ganz fertig, das muss noch belegt werden. Was noch? Der wird wann ausgeliefert? Jetzt? Februar? Jetzt in vier Wochen. Der Kunde war schon mal da? Öfters. Um auch eben seine Anlage dann zu programmieren. Okay. Aber das gehört mit dazu, das heißt also Kunden, das ist ja ihr Baby letztendlich. Auf dem Plan, habt ihr ihn auch blau gemacht eigentlich in der 3D-Hansicht? Ja, ja. Dass man mal sehen konnte, wie das aussieht. Klar. Also dass jeder Kunde, der mit eingebunden werden möchte, so muss man sagen, das möchte ja nicht jeder, das kann ja auch zu viel für jemanden sein, hat hier die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich möchte mich da einbringen. Und das macht natürlich unheimlich Spaß. So, zeig mal das Kochfeld. Ich habe dasselbe. Kennt man ja. Das ist Gas übrigens auch keine Kompromisse. Er hat übrigens einen AES Kühlschrank genommen. Ich kriege meinen nächsten auch wieder als AES. Ich habe jetzt einen Kompressor. Ich habe den als Kompressor und kriege ihn jetzt wieder als AES. Du weißt warum? Er säuft. Der Kompressor nimmt halt 24 Stunden irgendwie Strom. Und das ist beim Absorber hier einfach eine schöne Sache. Und über Gas ist das einfach toll. Der funktioniert einfach gut. Ja, und der Vorteil ist natürlich, du hast diesen wunderschönen Gasbackofen. Den hast du ja, wenn du gasfrei sein willst, ja nicht. Und das ist hier. Das heißt, wir haben eine alte 30-20. Wir haben einen Gastank hier drin. Wahrscheinlich 700 Liter. Wir haben einen Gastank hier drin. Er hat keine Flaschen. Er wollte keine Flaschen. Eigentlich tendiere ich dazu, wenn du einen Gastank hast, auch Gasflaschen zu nehmen. Weil ich stelle mir vor, du stellst ein Fahrzeug hin und sagst so, jetzt bleiben wir hier drei Wochen. Habe ich gerade gelöst. Ich habe eine Dieselzusatzheizung geholt mit Wärmetausch auf der Alte. Genau. Hat er hier auch. Eine Dieselzusatzheizung. Aber ich sage mal, der Kühlschrank muss dann auf 230 Volt laufen. Oder kochen kannst du nur auf Gas. Wenn der Gastank leer ist, muss der irgendwie gefüllt werden. Ich war ja, ich stand ja jetzt beim Freistaat. Zehn Tage, 70 Liter Gastank. Auch der ging auf 35 Prozent runter. Und dann fing ich vorne an, die Gas, die ich ja nie angemacht habe. Ja, vorher die Webasto anzumachen. Und dann fängst du an zu haushalten. Das ist wie beim E-Bike. Wenn das Ziel noch 35 Kilometer ist, dann kannst du nicht immer Turbo fahren. Soll ich was sagen? Jeden Morgen, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, ist auf der Umgehungsstraße ein Smart vor mir, ein E-Smart. Ja. Und diese Frau, die hat schon gar kein Licht mehr an. Ja. Weil die sagt, oh Mist, ich komme schon gar nicht mehr wahrscheinlich hin und zurück zur Arbeitsstätte. Ich muss schon mit Licht sparen. Also wenn es soweit ist, dass ich aber jetzt schon im Dunkeln Licht ausmachen muss und irgendwas sparen muss. Aber du bist ja hier mehrfach autark. Du könntest ja heizen über die Dingskitzel nicht. Die Klima kann nicht heizen bei euch, ja? Ne, die kann nicht heizen. Nein, du kannst über Diesel heizen und du kannst über Gas heizen. Aber ich sage mal, wenn du Gasflaschen noch zusätzlich hast, so eine Gasflasche mal unter den Arm klemmen und zum nächsten Kiosk zu gehen, du kriegst eine Gasflasche überall. Und das finde ich einfach schön, dass du dann flexibler bist. Okay. Aber ich kann den Kunden verstehen, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt auch Gasflaschen, ich habe es nie gebraucht. Das Gasflaschen, da sind jetzt meine Abwasserschläuche drin, weil es da nicht stinkt. Da geht es nach unten offen. Ja, ja. Mach mal auf hier. Die Küche, die ist zwar nicht riesig, aber sie ist, genau so stelle ich mir meine Küche vor. Das heißt, du kannst alles mitmachen. Riesen Besteckkasten. Ja, guck, hier sind noch ein paar Fernbedienungen drin, Mülltrennen, zwei Stück. Auch das, das baut ihr alles selber, gell? Auch das bauen wir selber und sprechen das auch mit dem Kunden ab. Bitte mal auch hier. Eigentlich haben wir oben in der Arbeitsplatte den Abfallbehälter. Wollte er nicht, er wollte ihn hier haben. Dann wird es gemacht. Und jetzt mal ganz unten. Ist der gleiche? Ja, ja. Ist der gleiche, okay. Und hier vorne hast du nochmal Riesenschränke. Gut, jetzt ist natürlich mit vier Tonnen Zuladung, da träumen ja die meisten von. Viele bauen ja dann aus siebeneinhalb Tonnen mit 150 Kilo Zuladung realistisch. Weil sie nehmen vielleicht das Auto hier mit, mit 500, 600 Kilo Zuladung und dann wird eingebaut. Die Tanks werden komplett gefüllt. Du weißt ja, wie es ist. Ich meine, das Schöne ist, wir und auch der Kunde weiß vor Baubeginn, was das Fahrzeug wiegen wird. Also wir haben ja über die 40-jährige Erfahrung einfach herausgefunden, welche Komponente wiegt was. Und wir haben mittlerweile eine Gewichtsberechnung, die so nah an der Realität ist. Also da liegen keine zwei Prozent mehr dazwischen am Ende. Kann ich dir gerade was sagen? Ich habe gerade ein Fahrzeug bestellt im Ausland. Ich will nicht sagen wer, sonst weiß jeder direkt wo. Plus, minus fünf Prozent stand drauf. Und das Fahrzeug wog 3,1 Tonnen. Und da habe ich gesagt. Aber ich meine, ich kann jetzt rechnen. Fünf mal drei sind 150 Kilo. Wenn es Plus ist. Ist es denn auch minus? Habe ich sie gefragt. Kann das passieren? Das schreibst du halt als Hersteller rein, um sicher zu sein. Das Thema ist, dass du teilweise gar nicht im Fahrgestell schon Gewichtsdifferenzen hast, wo du als Hersteller, als Aufbauhersteller gar nichts für kannst. Und deswegen musst du da eine gewisse Toleranz einplanen. Aber das minimiert sich im Laufe der Jahre, dass du weißt. Komm, wir gehen mal weiter, bevor den Leuten langweilig wird. Das hier finde ich so genial. Ihr habt eine Hightech, muss sagen, eine computerprogrammierte Sperre hier eingebaut. Zeig die mal bitte. Ja, die ist ganz schwer. Eine Schwerkraft programmierte Sperre. Ja, ja. Die hält die Tür immer zu. Die Tür ist schwer. Ist das eine ordentliche Qualität? Warte, stopp jetzt langsam, dass man die Schwerkraft mal sieht. Nee. Ja. Mach es nochmal bitte. Das heißt, du hast einfach einen Hebel, der runterfällt. Genau. Das ist doch so einfach, oder? Das heißt, die Tür geht nur einmal zu und dann bleibt sie zu? Das ist das Schöne. Also jeder weiß, wenn er losfährt, ich habe die Tür vergessen. Dann fällt die einmal in die Richtung. Das war's. Und dann bleibt die da. Und ich brauche nicht aufstehen und die verriegeln. So, jetzt kann man die auch mit Glas kriegen auf Wunsch. Glasfüllung. Dann der Heizkörper hier. Das ist so genial. Das heißt, du kannst hier in den Schirlauch fahren, kannst hier die Jacken drauf machen, die dann direkt trocknen. Könntest die aber auch in die Garage hängen. Wir haben halt hier eine etwas andere Aufteilung. Wir haben hier das Bad, wie du siehst, und gegenüber die Dusche. Und jetzt kannst du ja sagen, wo mache ich jetzt den Handtuchheizkörper hin? So, und der wird dann eng. Und das kann dann unter Umständen eng werden. Er wollte da gerne Fenster haben. Also passt er da auch nicht hin. So, und das ist das Dometiclo Porzellan. Das Schöne ist mit diesem Treter dabei. Den kenne ich normal nur aus Amerika, weil da sind fast alle Schwarzwassertanks unterm Tank. Das ist jetzt hier auch so wie im Schiff. Genau. Wenn du jetzt nachher hier reinschaust und den Fußpedal betätigst, dann geht der Schieber auf und du guckst direkt auf den Tankboden. Das ist der Grund für den Zahacker. Das ist eine total simple Technik. So, hier ist die Klopapierrolle. Endlich mal auch an einem Punkt, wo man rankommt. Die kann man ja nicht drehen, oder? Die Toilette? Nein, die kannst du nicht. Die ist jetzt fixiert. Ihr habt nicht das Problem, dass die Kloschlüssel bricht dauernd, weil da habe ich einen Film drüber gemacht. Okay. Die Dometic-Kloschlüssel. Haben wir noch nie. Ich habe ja eine. Das ist noch nie gebrochen. Aber ein Kunde von mir, ein älterer Mann. Aber das kann ja nur ein Materialfehler gewesen sein. Ne, drei Stück. Echt? Drei Deckel. Haben wir auch gesendet. Die Deckel oder was? Die Deckel sind gebrochen, ja. Ach so. Okay. Was ist das für ein Material hier? Ist das so? Das ist jetzt so ein Mineralwerkstoff mit einem flächig eingelassenen Waschbecken. Schön zu verarbeiten. Die Haptik finde ich toll. Es ist nicht warm, es ist nicht kalt. Also auch als Duschtasse eigentlich super, wenn du mit Füßen, mit nackten Füßen draufstehst. Also ist ein sehr angenehmes Machen. Ihr könnt das auf der CNC fertigen oder wie? Das wird handgefertigt, weil du einfach jedes Becken unterschiedlich hast und jeden Waschtisch unterschiedlich hast. Ach hier oben habt ihr so eine indirekte Beleuchtung reingemacht. Das ist eine direkte Beleuchtung. Du schaust jetzt in die schmale LED rein. Ach, das sieht so aus, als wäre es indirekt. Genau. Auch das ist dieses starre Material. Also hier ist eigentlich auch wieder der erhöhte Alkovenbereich. Aber eben hier abgedeckt, also als abgehängte Decke gemacht. Das hier ist alles Ablage, wenn du das willst. Ja. Das heißt, da kann auch nichts runterfallen, weil du hast so eine Kante. Stingerleiste. Stingerleiste. Okay. Schlinger. Mach mal unten bitte auf, dass wir mal reingucken. Weil das ist ja oft so das Problem, dass du wenig Platz hast in der Toilette, wo du es brauchst. Das ist ordentlich. Und jeder, jeder hat seinen eigenen oder fast jeder hat seinen eigenen Schrank. Tiefe ist ordentlich. Das heißt, du kannst auch Zahnbürsten und Mundspüler kannst du stellen. Ist ja auch wichtig. Kannst du hinstellen, genau. Da ist auch eine Steckdose drin, um dann direkt zu laden. Und hier wieder diese, guck mal hier, diese Beschläge, die schön da sind. Mach mal zu bitte. Mach grad mal. Auch wieder. So, und hier kannst du verriegeln, gell? Genau, dann kannst du da verriegeln. Kannst du zumachen. So, hier ist die Klobürste. Unten drin, dann, ich guck mal grad. Was ja auch toll ist, hier ist ja dieser riesen Heizkörper, der hier drunter verbaut ist. Der dann auch schnell aufwärmt, wenn du das mal runterfährst. Du bist jetzt mal, was weiß ich, sechs, sieben Stunden auf der Skipiste, willst runterfahren. Du kriegst das Auto schnell wieder warm. Genau, außerdem hast du natürlich zusätzlich noch eine Fußbodenheizung, ja. Wir haben ja im gesamten Fahrzeug hier im Bad und im Wohnraum eine Fußbodenheizung. Und zusammen mit den Konvektoren macht das eine ganz, ganz angenehme, wohlige Wärme. Wir sind echt unter zehn Meter. Ich fass es nicht, wie viel Platzausnutzung ihr hier hinbekommen habt. Das sieht doch aus wie im Luxushotel, die Dusche, oder? Heiko? Finde ich schon. Ist halt ebenerdig, wie du siehst. Komplett, oder? Ja, komplett ebenerdig. Hier ist es wieder so, dass der Kunde hier eine Kleiderstange haben wollte, um seine Sachen hier hin zu hängen. Gleichzeitig ist das nachher die Ferre für die Türen. Nein! Ihr habt die als Kombination gewählt. Das heißt, wenn du die rausnimmst, wenn du gerade mal reingehst, du bist ja ein großer Mann, du bist 1,90? Nee, 1,84. 1,84 plus Schuhe, sagen wir mal jetzt 1,90. Ich hab keine High Heels an. Also 1,85, 1,86, ja. Okay. Aber trotzdem, auch 2-Meter-Männer haben hier Platz. Du kannst dich drehen. Nee, das hier meinte ich mit diesen Spendern. Mhm. Das findet man ja normal nur im Hotel. Das ist geil. Eben auch Kundenwunsch, dass er sagt, Shampoo und Duschgel, erwachsene Kinder. Und hier wieder diese Beleuchtung drin. Das habt ihr gemacht, gell? Ja, ja. Das ist auch wieder die abgehängte Decke. Ihr wollt hier oben noch Stauraum drüber haben. Du siehst, dieses Dreieck, was hier frei ist, da kann er noch was stauen. Und dann eben abgehängt und hier mit der Beleuchtung schön gemacht. So, jetzt kommt ja wieder ein Alkoven. Das ist ja das Schöne. Das heißt, Alkoven hinten, Alkoven vorne. Und jetzt sieht man aufgrund des Aufbaus, nein, ich sag mal so, der ist ja höher hier hinten. In der Mitte ist er etwas tiefer. Genau, ja. So, und jetzt hast du, ich zeig das mal bitte, zwei Luxusbetten. So kann man es nur sagen, weil ich würde hier in den Etagenbetten schlafen. Cool, oder? Das finde ich viel cooler wie vorne. Ich würde mich komplett verlieren vorne. Für die Kinder ist es auch ein Traum. Ist hier eine Heizung drin, oder? Ja, ja, klar. Du hast die Heizung. Nein, hier. Das ist die Belüftung. Okay. Damit das nicht, das ist die Zuluft für die Heizung hier hinten. Okay, verstehe. Das funktioniert ja die Heizung nicht. So, und jetzt siehst du, wie schön man es machen kann. Das heißt, du hast eine Leselampe mit drin. Du hast eine Leselampe drin. Du hast eine indirekte Beleuchtung da drin. Du hast hier für die Kinder, haben die ihr eigene Fächer, um Sachen abzulegen. Und die Kinder dürfen sogar größer werden. Die Kinder dürfen auch zwei Meter lang werden, genau. Das ist nämlich sonst immer so, dass man sagt, naja, 1,60 langt ja, aber die werden ja größer. Und das in der Geschwindigkeit heute. Ja. Die kriegen ja alle Nutella-Brot mehr. Jetzt gucke ich mal gerade auch hier unten. Sag mal, da ist aber nicht hier, oben ist schöner wie unten. Die sind ja vollkommen identisch. Die Betten sind genau gleich. Ich weiß nicht, wer jetzt wohlschläft, wie die das ausmachen, ob die würfeln jeden Abend. Aber es gibt keinen Vorhang hier. Der ist nicht geplant, oder? Also hier ist eine Tür, dass du ja nochmal zumachen kannst. Du meinst jetzt hier vor dem Bett? Ja, ja. Nö. Können wir nachholen? Gut, könnte man machen, aber das wollten wir nicht. Dann hier oben hast du Ausströmer, Zentralheizung, Soundsystem, wieder ein 32 Zoll Samsung. Die kann man auch rausholen, oder bleibt der fest? Ne, der ist jetzt fixiert. Du hast hier eine Blende, die du hochklappen kannst, weil da noch Technik hinter verbaut ist. Und eben auch die Soundsysteme, da ist auch ein Subwoofer hier drin. Darf ich da mal reingucken unter der Blende? Der ist jetzt festgeschraubt hier unten. Okay, aber das geht, das ist eine Serviceklappe, kann ich drunter, kann da ran. Dann hier ist ein Subwoofer drin für den Sound. Genau, der ist da unten unter dem doppelten Boden. Ah, siehst du nicht? Ne, siehst du so nicht. Und das Soundsystem klingt gut, hast du mal gehört? Ja, das hört sich schon sehr gut an, ja. Das muss man wirklich sagen. So, dann Fenster. Sag mal, der Alkohol, ich will den haben. Aber wahrscheinlich, er hat seinen Preis, wir nennen mal keinen Preis. Aber allein schon wegen diesen Kleiderhaken müsste man ihn kaufen, ja. Die du bündig integriert hast. Nicht nur einen, sondern sieben Stück. Ich finde, da kannst du nicht genug von haben. A, weil die so geschlossen halt auch schön aussehen und nicht stören. Ja. Und wenn du die mal brauchst, dann klappst du die aus und hast einfach was da. Guck mal, jetzt blickst du hier rein. Das ist doch kein Wohnmobil vom Feeling her, oder? Ja. Und du brauchst doch kein Slideout hier drin, oder? Also das stimmt. Bei diesem Grundriss vermisse ich den Slideout auch wirklich nicht. Das ist halt auch ein Fahrzeug, was nachher viel fährt, ja. Und der sagt, ich möchte ein schönes Fahrgestell haben, dass er schön läuft. Und, ja. Jetzt ist ja 9,60 Meter, ist ja nicht kurz, aber wer sich auskennt, ich habe jetzt 9,20 Meter, da kriegst du schon manchmal keinen Platz mehr. Aber mit 11 oder 12 Meter, ich habe ja jetzt wieder die Filme gesehen vom Hartmut, wie die sich da reinzirkeln in so einen Spanien da, in so einen Teil. Ja. Also da zählt doch jeder Meter weniger, oder? Der Trick ist natürlich auch, welchen Radstand hast du? Ja. Also ich finde immer zu sagen, 12 Meter, 12 Meter. Welchen Radstand hat der 12 Meter? Wenn wir einen 12 Meter bauen, hat er drei Achsen. Und damit ist das Auto so wendig wie ein 10,50 Meter Auto. Ach so, der lenkt dann mit der vorderen Achse, hinten. Genau, der hat dann die zwangsgelenkte Nachlaufachse und mit einem 25er Radstand. Und die letzte Achse drückt den dann eben mit rum. Und dadurch ist der unheimlich wendig. Und da werden teilweise Autos gebaut mit so einem Radstand, wo du dann eben nicht mehr fahren kannst. So, das Beste vom Besten haben wir noch gar nicht gezeigt. Das ist der Kleiderschrank. Bitte mal zeigen. Heiko. Was ist? Wo, was? Da ist ein riesen Kleiderschrank, den du mir fast unterschlagen hättest. Denn das ist ja das, was die Leute zwar im Tabat Wohnwagen kennen, so einen großen Kleiderschrank, aber meistens nicht im Wohnmobil. Ja, das ist ein ordentlicher Kleiderschrank, wo du auch mal eine Jacke reinhängen kannst, als Garderobe. Unten noch zwei Schubladen. Du zeigst jetzt auch das RTL-Ventil von der Fußbodenheizung, wo du regulieren kannst. Ja. Also großer Kleiderschrank beleuchtet hier an der Seite. Hier drin hast du Dusche 30 Minuten Warmwasserboiler. Also an der Stelle, wo man es auch gebrauchen kann, nämlich neben der Dusche. Genau, da drückst du dann die alte Flow. Und jetzt zeigen wir es. Komm, sollen wir es zeigen? Was wolltest du zeigen? Das ist dein Wohnzimmer für später. Ja, kannst du kommen. Die sind aber nicht so groß, die Hunde, oder? Ich weiß gar nicht, das sind Mischlinge. Ich weiß jetzt nicht, was das für Mischlinge sind. So, hier kann man sich hinsetzen übrigens. Da ist so ein Bänkchen. Das ist ziemlich cool. Ja, du hast jetzt halt hier dann die Hundeboxen, wo die Hunde wirklich reinkommen. Und wo du sagen kannst, komm, hier ist der Bereich natürlich auch beleuchtet, dass die etwas sehen können. Und das kannst du dann verriegeln und dann sind die Hunde dann da drin. Safe. Also das, was auch gefordert wird, muss man sagen. Die sollen ja nicht frei, die sollen ja auch entsprechend gesichert sein. Das ist ja Ladung, oder? So ein Hund? Ja, genau. Ich glaube, zählt das Ladung. Dann hast du drüber, hast du zwei große Kleiderschränke? Nee. Mit Auszügen? Ja, das wollten die Kunde jetzt so haben. Einmal hier Einlegeböden oder hier eben dann Auszüge. Das kann man ja aufteilen, wie man möchte. Heiko, ich weiß schon, wie ich das Video nennen werde. Aber du, das wird dir nicht gefallen. Aber... Sag's mit? Nein, sag's ja nicht. Okay. Lass dich überraschen. Habe ich da noch Einfluss drauf? Nee, keine Chance. Du wirst es auch nicht mehr sehen können, weil ich werde das einfach senden. Weißt du warum? Mhm. Es ist der schönste Alkohol, das meine ich ernst, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe schon so viel gesehen. Dankeschön. Und es ist nicht nur die Farbe. Der Mann, der das hier mitentwickelt hat, ist kein Abgefahrener, sondern alles macht seinen Sinn, hier habe ich das Gefühl. Es ist nichts, wo man das Gefühl hat. Und ich glaube, von dem können wir alle noch ein bisschen lernen, oder? Kann das sein? Also sagen wir mal so, zumindest ist es für die Familie das Richtige. Ob es jetzt für jeden passt, das weiß ich nicht. Es geht ja darum zu gucken, was machen andere, die vielleicht mit einer ganz anderen Brille drauf gucken. Du machst das ja jeden Tag. Ja. Und irgendwann, ich sag mal, nimmst du ja auch oft Ideen, die du schon mal hattest. Aber hier sind so viele Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Wo du auch so vielleicht gar nicht drauf kommst, wenn das nicht einer sagt, Mensch, ich möchte so und so haben. Du bist in deinem Käfig und denkst an solche Sachen gar nicht. Nein, von daher ist das schon... Kannst du mir mal einen Gefallen machen? Ich habe eine Sache noch nicht gezeigt. Stell dich mal gerade da rein, bitte. Und ich gehe mal zurück und zeig mal. Du stehst gerade auf einem Podest. Das hat fast 40 Zentimeter oder 35. Genau. Du musst ja eins... Du darfst ja eins nicht vergessen. Wir haben vorhin die Garage gesehen, das Heckstaufach gesehen. Die ist da drunter. Die ist ja hier drunter. Das heißt, da passen ja ausgewachsene Fahrräder rein mit dem Klapp, also mit dem Tisch da drüber. Weißt du noch, wo der schön gelagert war? Und trotzdem wollen wir hier Stehhöhe haben, auch für Erwachsene. Und hier können die Kinder nachher spielen. Hier ist das Kinderzimmer. Die machen die Tür zu. Die können hier, auch wenn die größer sind, können die hier vollwertig spielen. Ist doch schön. Okay. Oder sich umziehen alleine. Haben wir einen eigenen Kleiderschrank, haben direkt einen Zugang zur Dusche. Jeder hat seinen Zugang zur Toilette, seinen dedizierten, ohne dass er jemand wecken muss. Die Hubstützanlage sorgt dafür, dass das Fahrzeug nicht wackelt. Wackelt jetzt schon nicht. Aber dass es auch gerade steht. Er steht nicht auf Hubstütze im Moment, aber genau. Ja. Okay. Sag mal, der Grundriss hier, wo geht der ungefähr los, wenn man den plant? Längemäßig? Ne, vom Preis her ungefähr. Pi mal Daumen. Kann man das sagen? Das kannst du so nicht sagen, weil im Prinzip könntest du diesen Grundriss ja auch auf dem kleinen MAN TGL bauen. Ja, wenn man den jetzt auf dem kleinen TGL bauen kann. Ab 600? Ne, ab 500. Ab 500? Ja, ja. Das heißt, diesen Grundriss kriegt man natürlich jetzt nicht mit den ganzen Extras und so weiter. Nein, ist klar. Aber grundrissmäßig kann man das um die 500 Brutto inklusive Steuer? Ja. Okay. So, die Steuer in Deutschland ums 19 Prozent. Für alle, die zugucken. Habt ihr viele Kunden aus dem Ausland? Weil es sind ja Einzelabnahmen, die ihr hier macht. Ja. Das Ganze muss ja noch durch den ausländischen TÜV. Habt ihr Kunden aus dem Ausland? Ja, durchaus. Wobei das ja mittlerweile Paragraph 13 Gutachten sind, die europaweit anerkannt sind. Und nein, das stellt überhaupt kein Problem da. Also das ist ganz normal. Das heißt also, wenn das einer sieht, ich kann mir vorstellen, Schweizer stehen ja auf Qualität. Hab ich in Bern gemerkt. Also die Deutschen ja auch, aber die Schweizer extrem. Also da kannst du, es kann gar nicht gut genug sein, hab ich das Gefühl. Merken die Leute den Unterschied von deinen Autos zu, ich sag mal, Fließbandware? Ja, das ist schon so. Es gibt halt auch viele, die sagen, also die Frage ist, der eine sagt, ich habe einen Betrag X und möchte dafür ein Fahrzeug kaufen. Aber jetzt mal ehrlich, für 500 gibt es ja auch andere Autos, die, ich sag mal, nicht freitragende, du weißt, was ich sagen will, innen drin, du kannst ja alle Möbel ausbauen. Das Auto steht genauso wie mit oder ohne Möbel. Das geht ja bei vielen nicht. Nee, bei den Serienherstellern geht das nicht. Das geht nur bei denen, die eine eigene Karosse bauen und sagen, die Karosse ist selbsttragend. Aber das ist ja nicht nur das Einzige. Es geht ja um die ganzen Komponenten, die verbaut werden, um den Möbelbau. Wie sieht der aus? Wie ist die Haptik von so einem Auto? Wie individuell kann ich das gestalten? Und es gibt einfach viele, die sagen, okay, ich habe Betrag X. Dafür kann ich mir jetzt ein Neufahrzeug kaufen oder ein Gebrauchtfahrzeug etwas hochwertiger Qualität. Und da muss jeder entscheiden, was möchte ich haben? So, wenn ich den voll mache, also ich sag mal, man kann wahrscheinlich den Fahrzeugpreis nochmal mal mal zwei nehmen, wenn ich mal so alles nehme, was so auf der Preisliste steht. Oder wenn ich viele Ideen habe, das geht. Aber wenn ich sage, ich will die Qualität von Vario haben, ich brauche das alles erstmal nicht, sondern ich fange mal an mit, was weiß ich, einer kleinen Lithiumausstattung, zwei Solarpanels. Ich brauche keine drei Fernseher, sondern ich brauche überhaupt keinen, weil ich habe mein Tablet. Das heißt, ihr beratet ja da. Es gibt ja Sachen, die müssen rein, weil einfach sagst, zum Beispiel Alde finde ich, ist die oft drin, die Alde? Ja, die Alde ist schon oft drin. Alternative ist ja die Dieselheizung dazu, die Share-Heizung. Die Share funktioniert gut? Super, die ist in Ordnung. Wobei bei so einem Fahrzeug in dieser Kategorie... Es gibt eine neue Share. Hast du die gesehen? Die rote? Die haben wir doch schon verbaut. Die 10 KW? Ja, die haben wir schon verbaut. Und die funktioniert auch? Auch die funktioniert. Ja. Aber ich finde, das muss man ins Verhältnis setzen. Was will der Kunde machen? Wie groß ist das Auto? Die Alde-Heizung ist funktioniert, die ist wartungsfrei, die ist leise. Also von daher klappt alles. So und ist, glaube ich, eine Million Mal verbaut worden. Ja. Da machst du nichts falsch und du kriegst die Alde ja überall. Wo soll das Fahrzeug später reisen? Ganz Europa? Ja, der wird in ganz Europa reisen. Je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Aber ich sag mal, da hast du ja mit dem Fahrzeug hier alle Möglichkeiten. Egal wohin du willst, ob bei Minusgraden, extrem Minusgraden oder extrem Plusgraden und in Europa oder woanders im Ausland. Also kein Problem. Also was mir besonders gut gefällt, ist diese unglaublich tolle Farbe. Also das war ja das, was mich angefixt hat. Sollen wir mal kurz rausgehen? Jetzt ist es ein bisschen dunkler. Ja, du weißt ja, Blue Cars Look better in the Shade. Ja, gerne. Können wir gerne mal. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, Heiko. Tu mir echt leid. Aber du musst diesem Auto einfach auch die Zeit geben. Lass ruhig mal offen alles, dass wir den mal von der Seite filmen. Denn der ist, er ist echt toll. Und ganz ehrlich, Heiko, das Schwarze oben, das steht ihm sogar noch gut. Das Mathe. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, als wir das so geplant hatten und überlegt hatten. Wie wirkt das? Aber am Ende muss ich auch sagen, es stört nicht. Im Gegenteil. Irgendwie sieht es sogar cool aus. Und jetzt darf man nicht vergessen, das ist nicht Design, sondern das ist auch noch Technik. Funktion. Und Funktion. Und ich sag mal, ja, Form follows Function. So, wir sind in Bohmte. Heute ist der 27. Glaube ich. Ja. Januar 2022. Das ist der schönste Alkoven, den ich je gesehen habe. Und bitte, liebe Zuschauer, seid nicht traurig. Eure sind natürlich auch alle schön. Sollen wir mal kurz, darf man den Grünen da hinten mal zeigen? Einmal ganz kurz. Ne, darf man nicht. Okay, darf man nicht. Ist nicht so schlimm, denn da wird noch was mit gemacht, glaube ich. So, jetzt gucke ich mal gerade hier an der Seite. Also das ist jetzt im leichten Schatten. Jetzt sieht man auch dieses Chorgieren von der Farbe. Ja, ja, was nicht so ganz heftig ist. Aber so von der Helligkeit her changiert das halt. Das bleibt ein Blauton, aber der von der Helligkeit unheimlich interessant changiert. Ja. Denn wir werden morgen nämlich noch ein paar Sachen sehen. Du hast einiges vorbereitet, was du mir selbst noch nicht verraten hast. Ja, wir werden morgen zum Beispiel laminieren. Ihr laminiert ja Stoßstangen und alles selber. Das in Handarbeit. Ihr seid in Bumte. Wir können ja mal nach vorne gehen, wenn du möchtest. Dass wir mal kurz nach vorne gehen. Ja. Wie sieht das aus? Kann ich hier mal vorbeikommen, einen Termin machen? Geht sowas? Also sehr gerne. Ob wir, ich sag mal, nur in die Ausstellung gehen oder ob wir nachher, gut jetzt zu Corona muss man schauen, aber nachher eine Werksbesichtigung machen. Auch gerne mit einer größeren Truppe. Wenn jemand sagt, Mensch, das würde uns mal interessieren, dann können wir das gerne vereinbaren und dann können wir gerne mal das Werk anschauen. Ihr habt einen kleinen Stellplatz hinter dem Hof. Genau. Haben wir auch einen kleinen Stellplatz, wo wir stehen können. Ich zeig's mal grad. Das ist euer Gebäude, dass man das Ganze mal sieht. Und es ist ja so, wenn du auf den Messen bist, ich war ja am Anfang immer ein bisschen ehrfürchtig, wenn du da hinkommst auf eine Messe und hast Vario gesehen. Ihr seid aber so ganz normal. Wir bauen halt nur ein paar schicke Autos und sind aber... Auch wenn ich jetzt mal so 500.000 Euro hab nur, weil du weißt ja auch, wie es ist. Ja, weil oft, wir haben ja viele Fahrzeuge gezeigt, über eine Million. Das geht ja, wenn man das möchte. Aber ich sag mal, das ist kein Thema. Wenn ich sag hier, ich hab zum Beispiel 600.000 Euro... Also ich finde, man muss das auch so ein bisschen relativieren mittlerweile, weil wenn du schaust auch, wo die Preise von den Serienherstellern mittlerweile hingehen... Das mach ich ja, die sind ja nah dran. Da schnauzt du ja auch ab. So und ich finde, ja, das ist schon viel Geld und ich hab auch Respekt davor, vor jedem, der so viel Geld dafür ausgibt. Aber wir sind da ganz normal geblieben. Wir wollen den Kunden, der normal ist. Der Kunde möchte hier normal behandelt werden. Da ist der Perfect 800. Ungefähr das Gewicht, Lea, was wiegt der? Der wiegt 7.000, ich weiß es nicht ganz genau. Also ein 7,5 Tonner ist das? Ja, genau. Okay, werden wir machen. Ihr seid im Boomte. Wenn ich das machen möchte, geht das samstags? Geht auch. Auch nach Vereinbarung geht es auch samstag. Jetzt kommen wir sogar rein. Ich hab gepingelt. So, zeig ich mal grad. Das heißt, du kriegst so ein, ich sag mal, handlich ein 7,5 Tonner. So was geht auch als Alkofen? Das geht auch als Alkofen, ja. Wie gesagt, man muss da mit der Ausstattung ein bisschen aufpassen, ein bisschen geizen und nicht den so ausweiten. Und eben mit der Länge ein bisschen aufpassen. Weil auch die Länge bringt natürlich Gewicht mit. Aber ich sag mal so zwischen 8 Meter und 8,50 Meter kann man dann so was als 7,5 Tonner bauen. Und dann eben mit dem alten Klasse Führerschein, Führerschein Klasse 3 bewegen, ja. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Heiko Hülsmann. Und Gruß noch ans ganze Team. Da hinten steht er, komm, wir zeigen ihn noch einmal. Last but not least aus dem Showroom haben wir ihn rausgefahren. Es war die ganze Zeit usselig, hat geregnet. Hier steht der Name von dem Fahrzeug. Was hat der für einen Namen? Vario Alkofen 950. Vario Alkofen 950. Gibt es ein Datenblatt noch nicht, oder? Nee, gibt es noch nicht. Okay, danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss. noch alles.